Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich kann hier schon die Ansicht mit dem rechten Stick ändern. Sehr schön. So total unnütz, aber das spielt ja keine Rolle. Dann machen wir, habe ich gehört, heute mal ein paar mehr Runs, die nicht direkt am Anfang sterben und auch ein bisschen besser werden als die letzten Male. Gucken wir mal. Ah, ein Link. Oder zumindest ein Whisper, wo ich ein bisschen was von dem Link sehe. Ah, muss ich gleich gucken. Wenn ich den Run hier versaue, dann gucke ich danach. Kannst du schießen? Dankeschön. Oh. Der Anfang so langsam und dann ist der Boss so schön gelaufen. Wirklich ein Drei-Pfeile-Kill. Ah. Aber der hat am Anfang da fortzuführen und gefailt. So. Dann unser Freund der Augenwürfel. Da war er mal. Der Arme. Tut mir ja schon ein bisschen leid, nicht? Genau wie das Eis hier und das tut mir auch nicht wirklich leid. Und dann ist es auch schon weg. Tipp. Ich habe ein bisschen mit 3S geschrieben, sehe ich gerade im Titel. Sehr gut, Jan. Hast du sehr gut gemacht. Sonnenmist. Wie ist der Pfeil jetzt bitte schon wieder dahin geflogen? Oh, Goldsplit. Oh, Goldsplit. Nice. Nice. So müsste das immer laufen. Tschüss, Pfeili. Wir werden dich vermissen, nicht? Weil ich hab dich ja schon wieder. Checkpoint braucht noch niemand, weil Obello bekommen wir auch so tot. Oh, was? Ach, du Kacke. Ach, was ein Dreck. Das ist mir auch noch nicht passiert. Den bekommen wir ja auch so tot, ja. Hm? Hat man gesehen. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ja. Dreck. Dreck. Ach ja, der Rann jetzt eh wieder Müll wird, können wir auch so machen. Ach, ist doch nicht wahr. Ah ja, was war das jetzt? Was mache ich eigentlich hier? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Habe ich echt irgendwie ein bisschen Dialekt? Keine Ahnung. Das wäre echt gar nicht so ein schlechtes Bild, wa, Pat? So, um in den Hintergrund einzufügen. So, jetzt machen wir das nochmal in vernünftig. Ja, eben nicht. Ich wurde deutsch erzogen. Genau. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Oh mein Gott. Kann ich aufhören, überall gegen zu rollen? Das wäre voll toll. Oh mein Gott. Oh, zu viele Schleimse. Oh, geht weg. Du hast auch kein Dialekt. Natürlich hast du kein Dialekt. Also bitte. Du hast auch nur ein Dialekt, wenn du mit anderen Schwabenbayern redest. Wenn du das sagst. Davon gibt es hier im Norden ja auch so viele. Ja, ganz bestimmt. Ach. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit hier? Das letzte Mal lief das schon so schlecht. Ich mache jetzt gerade echt nicht besser weiter. Ja. Na, falsche Richtung. Oh, ihr springt gerade alle echt schlecht. Knab daneben ist auch vorbei. Aber hey. Was? Auch kein... Nein, du auch nicht. Stimmt. Ich. Ich. Okay, beim Augenwürfel werde ich jetzt Zeit verlieren. Ganz bestimmt. Einfach, weil der Weg nach draußen jetzt gerade so weit war. Klatsch. Und weg. Irgendwie wird mir eure Aussagen total vertrauenswürdig. Ja, immer doch. Also. Ja, und Pat sowieso. Pat. Bei Pat zählt das nicht. Der wohnt nicht. Der wohnt im Ausland. Das ist sowieso. Das ist sowieso eine ganz andere Geschichte. Pat ist außen vor. Weil nicht Ausland. Ah, war das wieder lustig. Es sollte mich vergraben gehen. Oh, shit. Oh, mein Gott. Ah. Ich bin zu blöd für dieses Spiel geworden. Es ist doch nicht wahr. Gerade für die Anfangsbosse. Kann ich jetzt hier mal... Deutschland, wow. Ich glaube, so genau wollte... Michi das gar nicht wissen. Hahaha. 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 Schwupp. Ach, natürlich bleibst du vor ihm liegen. Natürlich tust du das. Oh, mein Gott. Hast du auch erwartet. Ja, echt mal. Ich komme von der Erde. Hahaha. Wunderland. Hm. Genau da her. Ja. Ein Erdenbewohner, was ganz Exotisches ist. Sie ist schon. Ja. Meine Mutter kommt vom Planeten... Etrios Vigrinje in der Uqueng... Ver... Sieg... Was auch immer, Galaxie. Genau, Pat. Als ob. Genau. Ach, komm schon. Du willst mich doch jetzt verarschen, ne? Was soll das denn hier jetzt? Face-Roll-Galaxie. Hahaha. Genau die. Ach so, du hast das geschrieben. Ja, sowas erwarte ich doch von Pat. Also bitte. Also bitte. Hahaha. Ihr habt halt dieselben Farben. Sorry. Ich mach jetzt einfach weiter. Dreck. Ach, komm Pat. Das hätte auch von dir sein können. Gibt's zu. Gibt's zu. Gibt's zu. So. Also. Auch ohne einen Timer wäre das Spiel so. Der Timer unten rechts da mit dem ganzen Kram, der ist halt von mir selber. Den hab ich da nur mit OBS eingefügt. Kann das sein, dass das Spiel gerade ganz schön ruckelt bei euch? Oder sieht das gerade nur bei mir in OBS so aus? Ne, das... Das ruckelt gerade echt so. Was soll der Schwachsinn denn jetzt? Hallo? Technik? Unten rechts, ja, unten links. Was weiß ich denn? Unten rechts ist der Chat. Ich war jetzt gerade mehr auf dieses Geruckel fixiert. Ist es jetzt besser? Kannst schon mal aufhören. Ne, jetzt sieht's wieder in Ordnung aus. Ja, man war ja eh schon Mist. Ne, ich hab keinen Führerschein. Das kommt eigentlich auch nicht so oft vor. Ich muss mich hier aber auf viel mehr Sachen konzentrieren, ne? Auf euch. Auf das Spiel überhaupt. Beim Speedrun erst mal. Er geht jetzt gerade noch auf OBS. Hier ist langweilig, ja. Da kann ich ja nicht für. Aber schön, dass du es hier langweilig findest. Warum bist du dann überhaupt hier? Nee, das sieht irgendwie immer noch nicht vernünftig aus. Teilweise. Ich schieb's auf mich. Ich zwinge sie ja nicht hier zu sein. Eigentlich ja, wenn du mich halt langweilig findest. Da kann ich ja nix für. Dann geh halt. Oh mein Gott. Lass mich. Ach, komm schon. Doch, das sieht jetzt wieder vernünftig aus. Irgendwas weiß ich gerade nicht, wofür das da ist. Ach, nicht wofür das da ist. Was rede ich denn gerade für einen Mist? Was das soll, meine ich. Sprache ist schwer. Der Haken eigentlich. Genau, eigentlich. Eigentlich ist so ein schönes Wort. Ich war noch nie lustig. Warum warst du dann schon öfter hier? Das ist einmal noch schräg hochrollen. Ist auch nicht so toll. Oh mein Gott. Warum bist du gerollt, du Hampelmann? Sprachenschwerstversuchs mit einfachen Sprachübungen. Mama, Papa, Ball. Nee, dann versteht ihr mich ja nicht. Warum ist der gerade noch gerollt? Ich hab keine Ahnung. Na, wenigstens hab ich das Hirn jetzt direkt getroffen. Jetzt werd ich hier schon wieder angeflüstert. Schrecklich. Guck ich jetzt aber nicht nach. Sonst wüstert mich hier nachher wieder jeder an. Wenn ich dann noch darauf eingehe. Gebt mir mein Pfeil. Dankeschön. Guckst du halt nicht nach. Nee, erst nach dem Stream. Tut mir leid, Anna. Da war ja klar, dass noch einer flüstern muss. Ich seh das wirklich nicht. Ich seh nur, wer das war. Und auch nur beim ersten Whisper. Aber der einzigen, wo ich halt nachgucke, ist bei meinen Mods. Aber da muss ich mir halt auch noch irgendwas einfallen lassen, damit ich nicht extra den Tab anklicken muss, damit ich das sehe. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Okay, Pat, bis dann. Schönen Abend noch. So, und jetzt machen wir Obello wieder richtig. Weil ich weiß ja, wie der Pilz funktioniert. Ich weiß an sich, wie alle die Bosse funktionieren, aber... Naja. Ja, hier funktioniert eigentlich genau wie der Würfel. Hoch, zieh und tot. Na, guck an. Na, guck an. Gold Splits. Wow. Ja, und wenn ich... Selbst wenn ich nachgucken wollen würde nach euren Whispern jetzt. Beim Speedrun ist es mit Nachgucken halt schwer, ne? Und da das Spiel hier im Vollbild läuft, könnte ich auch nicht während diesen Animationen, die 20 Sekunden dauern, ungefähr nachgucken. Da könnte ich ja sonst heimlich nachgucken, nur dann tappe ich raus und dann minimiert sich das Spiel. Das ist auch schlecht. Heißt, nicht mal wenn ich jetzt gerade wollte, könnte ich. Oh, shit. Ach, komm schon, wirklich. Ich hatte dieses Spiel gerade, ne? Ja, fahr du mit deinem doofen Fahrstuhl. Timer, ja, ich möchte meine Splits speichern. Dankeschön. Oh, was ist das denn hier heute schon wieder? Kann ich dieses Spiel jetzt mal wieder beherrschen? Ich hab das schon in knapp 21 Minuten geschafft, 19 Bosse zu töten. Dann werde ich das ja jetzt wohl wieder schaffen. Ist doch heute nicht wahr. Und immer an diesen Bossen, die halt eigentlich total einfach sind. Wo ich dann halt den Checkpoint noch nicht mitnehme, um Zeit zu sparen, ja. Das funktioniert heute nur irgendwie nicht so gut. Oh mein Gott, war das knapp. Kann sich doch hier keiner angucken, was ich hier gerade schon wieder mache. Ich bin schlecht. Ja, das hab ich auch schon gemerkt. Nur heute noch mehr als sonst. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Ist ja nicht so, dass ich das Spiel kann. Es ist halt nur heute wieder nicht. Genau, splitten wir einfach. Alle Schlimme. Oh, das war gut. Okay, jetzt ging... Kann es noch schlechter sein? Ja, siehst du ja. Siehst du ja. Ja. Kerr. Oops. Ja. Das war doch wieder in Ordnung. Ich rolle immer zu früh. Na, guck einer an. Das Hirn auch direkt getroffen. Oder oben wieder beim Türausschießen, wieder rumgestolpert. Na, komm mal noch ein Stück hier hin. Okay, das war wahrscheinlich schon zu weit. Ah, ich hab schon wieder... Ja doch, der lag zu weit links. Na, geht doch. Ich will eigentlich überhaupt nicht so oft resetten, aber ich sterbe halt im Moment immer noch an den Stellen, wo es halt so richtig schlimm ist. Das nervt gerade etwas. So ein bisschen. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich es noch besser kann. Flop. Es ist auch schön, dass man den Pfeil dann noch einsammeln kann, obwohl der Faschuh schon hochgefahren ist durch den Pfeil durch. Ich weigere mich, diesen Checkpointer mitzunehmen, weil ich weiß, dass ich die Bosse kann. Die sind beide überhaupt nicht schwer, aber... Hier muss ich halt nur den Pfeil zurückziehen, wenn der Schatten wieder größer wird. Bei der bösen, bösen Pflanze muss ich halt nur treffen. Wenn ich nah dran stehe, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und hey, schon wieder ein Goldsplit. Sehr schön. Erst, obwohl ich da erst wieder an der Säule gerade hängen geblieben bin. Sonst kann ich die ja auch, ne? Na, guck. So muss das. Wenn jetzt nur Goliath nicht so böse gewesen wäre, wäre die Zeit halt noch nicht so schlimm, wie sie jetzt ist mit Plus 19. Wäre halt wahrscheinlich immer noch ein kleines bisschen im Plus, aber nicht so schlimm. Oh. Ein bisschen zu großem Bogen gelaufen. Ja, Voyager. Hm? Na? Okay. Hätte ich auch bald zusammen runterrollen können, aber nicht, wenn ich ewig zu früh anfange zu rollen, natürlich. Der ist halt echt einfach. Wenn ich hier sterben würde, dann hätte ich auch wieder ein Problem, weil ich den Checkpoint hier halt überhaupt nicht mitnehme. Rolle, Rolle, Sushi-Rolle, genau. Das habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Müsste man sich eigentlich auch mal wieder angucken. Das war auch immer echt lustig. Ich war das erste Leben. Die erste Seele geboren aus Wahrheit. Aus mir kamen die ersten von euch. Jetzt schließt sich der Kreis und da ist das SZ kaputt. Der Anfang endet. Eines Tages wird es auch dir so gehen. Und da ist er tot. Ja, ich meine, das ist auch gut mitbekommen zu haben, dass es die da alle gibt. Deswegen. Man hat sogar eine Möglichkeit dafür. Deswegen sollte man das eigentlich mal machen. Und das sei immer. Ganz nett anzugucken. So. Einmal hier den Quit-Out-Port hierhin zurück. Deswegen nimmt man den einen Checkpoint nicht mit. Und jetzt sind wir bei El Hanan. Der böse, böse Ritter. Mit seinem großen Pfeil. Das lief doch in Ordnung. Jetzt so langsam wieder Zeit rausholen, nachdem ich 20 Sekunden verloren habe. Sehr gut. Ah. Wo bin ich denn da jetzt gerade hängen geblieben? Eins, zwei, drei. Gold-Split. Yay! Und hier portet man sich jetzt auch wieder mit einem Quit-Out nach draußen. Theoretisch könnte man sogar während dieser Animation Alte 4 machen, Spiel neu starten. Das wären sich noch schneller. Aber das ist halt in den Regeln für den Speedrun gebannt, um halt die... Das Race zwischen den... Zwischen der Hardware rauszunehmen, weil... Ja, es reicht ja schon ein Unterschied zwischen der normalen HDD und der SSD-Festplatte, dass... Mit Alte 4 und Neustarten halt viel schneller gehen würde, ne? Was halt dann auch irgendwo albern wäre. Weil diese Cutscene, dieses Seeleneinsammeln, das dauert ja immer knapp 20 Sekunden. So, dann haben wir unseren großen Lava-Käseballen. Mulca-In. Da war es ein großer Lava-Käseball. Nehmen wir mal Sicherheitshalber den Checkpoint mit, ich traue mir grad selber nicht. Ich traue mir bei dem Boss jetzt gerade selber nicht so, wie es die ganze Zeit gelaufen ist. Okay, hätte ich mir sparen können. Das ist ja... Ich sag ja, ich weiß eigentlich, wie die alle funktionieren, nur der... Es läuft halt so zwischendurch einfach immer so gar nicht. Weil in der Zeit, in der man die tötet, ist halt wirklich das Einzige, was wirklich RNG ist. Der allererste Boss mit seinem Aufteilen und dem ganzen Kram. Der Rest ist halt so schnell tot, da ist mit RNG noch nichts. Wenn die überhaupt RNG haben, jeweils die Bosse. Der hier auch, ne? Das ist auch so ein Boss. Entweder mit der Speedrun-Strategie, entweder tötet er dich oder du ihn. Weil ausweichen ist hier dann nicht mehr so, wie man ihn tötet. Weil man schießt ihn einfach an, läuft zur Wand zurück und schießt dann im richtigen Moment, dass man das Auge trifft. Wenn du dann daneben schießt, zu früh oder zu spät, bist du halt direkt selber tot. Und damit sind wir hier unten auch schon fertig. Wie bis... Oh mein Gott. Dieser Glitch mal wieder. Schon noch irgendwie rollen, irgendwo gegen rollen, obwohl da gar nichts ist. Und deswegen nochmal zurück in den Raum laufen, ist auch immer sehr schön. Wenn man dann zu früh schon die Renntaste noch festhält. Okay. Ups. Ach, komm schon. Okay, dann machen wir es halt doch auf die Art und Weise, auf die normale. Den ersten davon kann man nämlich eigentlich skippen, wenn man richtig zielt. Ist das wow? Nee. Aber der Boss heißt halt auch so. Oh Mann, das ist schlecht. Jetzt passt das Setup doch nicht, oder? Naja. Naaah. Zu lange gebraucht, um das Ding anzuschießen. Und ich hab halt erst nicht getroffen. Unfug. Auf die Platte, Pfeil dahin und dann da runter. Und dann passt das auch. Dann springt sie nämlich hier raus und dann zieh ich im richtigen Moment den Pfeil und dann hab ich den nicht richtig platziert. Und jetzt hab ich nicht getroffen. Machen wir das nochmal. Oh Mann. Was gibt die mir denn hier jetzt so für Probleme? Na bitte. So soll das nämlich. Und dann guckt ihr Schweifen noch weit genug raus, dass ich mich daran töten kann, um diese Cutscene zu skippen. Denn der Tod zählt schon und ich bin halt wieder hier. Sind wir bei Stratus. Das war nicht weit genug aufgeladen. Also er ist beim zweiten Mal getroffen, aber okay. Damit kann ich leben. Nachdem ich Unixia so gefailt hab. Dann schießen wir jetzt dem Yeti wieder brav in den Po. Und ich hab nicht getroffen. Hab sein Po nicht getroffen. Ah. Mist. Das ist nämlich seine Schwachstelle. 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 Sein Po. Na bitte. Second Try. Ein Try zu viel. Und damit sind wir hier auch fertig. Geht's jetzt hier weg zum Anfang so halb zurück. Und das war keine Ahnung. Bin ich halt nochmal rausgegangen. Ist ja jetzt auch alles egal. Das war nicht die richtige Stelle. Die Treppe könnte ich eigentlich auch in einem Runterrutschen rollen, meine ich. Mit einer Rolle runterrollen. Wenn ich denn die richtige Stelle dafür treffe. Wenn ich denn die richtige Stelle dafür treffe. Sesam öffne dich. So. Auf dem Weg zum drittletzten Boss. Goal Set. Wo man auch einen kleinen netten Skip ein bisschen machen kann. Man benutzt den Skip zwar nicht ganz. Weil wir ja Allbosses spielen. Aber er ist trotzdem hilfreich. Um wieder ein bisschen Cutscene gekramt zu skippen. Dieses Seelen einsammeln. Und man dann mit mal Treppen hochrollen kann. Was uns zwar nur für eine Treppe hilft. Aber das ist eine lange Treppe. Wir ziehen den Pfeil erst raus, nachdem wir an ihm vorbei sind. Wenn ich es denn jetzt hinbekomme. Na bitte. Das sollte nämlich eigentlich nicht funktionieren. Dann ziehen wir den Pfeil nämlich erst hier raus. Das war zu früh, oder? War das zu früh? Nein, das war richtig. Dann haben wir nämlich diese Animation überskippt. Kommen hier gerade runter. Und dann kann ich jetzt rollen. Und ich rolle so lange, bis ich irgendwo gegenknalle. Und das wäre dann unser Ziel. Dann töten wir es, um die Seele zu aktivieren. Skippen mit dem verlassen und reingehen. Eine Cutscene. Dann ist mit mal die Seele da. Die ist furchtbar. Aber First Strike. Gold Split. Weil es ist schon so ein bisschen RNG, wo die sich hin portet. Wenn sie ihren Pfeil eingeschossen hat, meine ich. Da muss man halt echt hoffen, dass man an die richtige Stelle zieht. Es ist ungefähr... Man weiß ungefähr wohin. Aber es ist doch immer recht schwierig. Weil das wäre zu einfach, wenn der Bus kooperieren würde. Na? Jetzt sind wir bei Wahrheit. Und ich habe den Schuss gefailt. Sehr gut. Ich stand zu nah dran. Sehr gut. So, Phase 2. Laufen wir erstmal ein bisschen. Schießen das Teil ab. Um in Phase 3 zu kommen. Sitruße. Mhm, genau. Sitruße. Dem Teil müssen wir gleich auch nur ins Auge schießen. Das Problem ist es erstmal in der Luft. Weil es steht. Dann kommt es runter und würde uns eigentlich mit einem Laser abschießen. Aber wir schießen erst den Pfeil ins Auge und sind damit fertig. 22, 33. 22, 33. Ja. Sehr schön. Wow, war das wieder ein Mist. Klapper. Yay. Ein Run, der halt nicht mal eine halbe Stunde geht. In zwei Minuten halt doch schon echt viel. Schnell als du es ihr könntest. Ach was. Das kann man ja lernen, sowas, ne? Ist ja jetzt nicht zu schwer, die... Strats für die Bosse zu werden. Die müssen dann halt nur mal kooperieren. Und das ist halt das Problem bei mir. Mal wieder. Lass uns mal fix die Credits durchlaufen. Lass uns mal fix die Credits durchlaufen. dran. Auch wenn ich das Spiel ein bisschen anmeckere. Also wenn du gar kein Interesse an Fußball hast, dann ja. Dann habe ich da genauso wenig Interesse daran. Das stimmt. Und so würde ich mir wahrscheinlich gerade auch das Spiel angucken. Deutschland spielt ja gerade, glaube ich, wieder gegen was weiß ich wen. Ich sollte erst mal den Timer zurücksetzen. So. Mach die Tür halt nicht auf. Du hast quasi kein Interesse. Hast du jetzt auch nur nebenher aufgemacht. Sehr gut. Oh ja, das Wochenende ist das Schönste. Das ist für mich auch. Habe ich auch schon. Chips und Cola habe ich hier jetzt nicht. WB-Aria. So Cola und Chips würde ich auch noch nehmen. Wobei, Essen ist ja immer so eine Sache. Gerade Chips. Chips würde ich im Stream bestimmt nicht essen. Das würde man zu sehr hören. Und da ich mir selber ungern Leute angucke, wo ich das Essen höre, mache ich das halt selber auch nicht. Also ich habe ja an sich halt echt kein Problem, mir Streamer anzugucken, die auch nebenher mal was essen. Solange sie nicht wie ein totales Schwein essen und leise essen, habe ich da halt echt kein Problem mit. Weil wenn die dann anfangen irgendwie zu schmatzen oder mit vollem Mund zu reden, das ist halt eine Sache, da schalte ich halt echt sofort ab. Weil das geht mir halt so auf die Nerven dann. Weil ich halt die meiste Zeit hier mit Kopfhörern sitze und ich will niemanden auf meinen Kopfhörern haben, der mir die Ohren voll schmatzt. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen mache ich das dann halt auch nicht. Manchmal habe ich hier schon noch irgendwie eine Kleinigkeit zum Naschen dann dabei. Stimmt, weil dann mache ich, wenn ich gerade am Kauen bin oder so, immer das Mikrofon aus. Dann kann es erst niemand mitbekommen. Ich habe mich von der Tür zerquetschen lassen. Ich bin nicht weit genug weggerollt. Ach, Dreck. Oh, lief das jetzt hier so gut und dann lasse ich mich von der blöden Tür zerquetschen? Oh, Mann. Oh, ist doch nicht wahr. Der Pfeil lag da super. Der Rest lief gut und dann lasse ich mich von der Tür zerquetschen lassen. Oh, Mann. Ah, ich kriege die Krise. Ich denke daher, ich weiß ja, dass ich immer reinrolle, wenn ich unter der Tür bin. Ich muss dann halt nur auch daran denken, wenn ich zurückrolle, dass ich noch ein Stück weiter laufe. dass ich dann auch nicht unter der Tür stehen bleibe, wenn ich den Pfeil zurückziehe. Ach ja, ach ja. Naja, das wird auch schon irgendwann. Irgendwann merke ich mir das alles. So lange ist der Run ja zum Glück nicht, dass man sich hier viel merken müsste. Ein bisschen Weg, den optimal zu laufen und dann halt 19 Bosse. hoch, runter, zurück, tot. Hier nicht bis an die Wand laufen, er will sonst an dem Türtrigger vorbeilaufen und wir dann doof an der Wand stehen. Ist hier nämlich auch ein bisschen schwachsinnig. Da ist der Trigger für die Tür, um rauszugehen, höher als die Wand. Deswegen kann man da in dieser Animation einfach dran vorbeilaufen. Steht dann da und läuft wie ein Dover gegen die Wand. an ... ... Goldsplit. Yay! Yay! Untertitelung des ZDF, 2020 Dann geht's jetzt gleich wieder an die schöne Maske. Nachdem wir uns hier über den Checkpoint wieder bei Elhanland und Habsucht, Habgier geholt haben. Theoretisch könnte ich auch die Bosse hier als erstes machen und danach darunter laufen, aber es spielt halt dadurch, dass ich mich von der Truhe und von dem zweiten Boss da unten wegporte. Kein Unterschied, welchen ich zuerst mache von den beiden Gebieten. Weil der Laufweg halt identisch ist. Dann müsste hier sogar ein ganz kleines bisschen weniger sein, wenn ich erst hier runter laufe. Weil ich ja nicht in die Mitte des Checkpoints in dem anderen Gebiet laufe. Ansonsten würde ich ja von der Mitte loslaufen. Oh, das ist schlecht. Na komm, neu. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass der Pfeil an der Maske hängen geblieben ist. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ach, Mist. Das war neu. Kann ich den von so schräg da echt nicht anschießen? Den Tür? Kann ich den Tür nicht so schräg anschießen? Die Tür. Ich habe auch gerade immer ein Händchen dafür, erst zu rollen und dann den Schussknopf loszulassen. Dann lief der Run jetzt gerade bis auf Goliath eben auch wieder so schön. Dann bleibt der Pfeil an Goliath-Well hängen. Oh, das Spiel hat auch immer wieder neue Überraschungen für mich. Was macht das doch mit Absicht? Was macht das doch mit Absicht? Goldsblöd. Das war auch immer echt ein schöner Kampf gegen den Schleim. Und wenn ich jetzt noch weiter unten gestanden hätte, wäre es noch besser gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Man kann ja nicht alles haben. Was macht das doch mit Absicht? Den RNG-Boss am Anfang wird direkt erstmal fast so gut wie es geht getötet. Drei Pfeile. Ohne viele Pausen dazwischen. Schon noch ein bisschen. Aber halt ein bisschen hoch auch noch. Und halt die Pausen dazwischen auch noch nicht ganz so schön. Das ist hier ein easy as always. Always, wow. Auch wieder Gold. Yay! So, dann troll ich mich jetzt am besten bei Goliath und ich will da selber. Und lasse mich durch die Tür zerquetschen. Hat geklappt. Oh, das war auch gut. Das war auch echt in Ordnung. Das war auch gut. Machen wir am besten so weiter. Wie mache ich hier die ganze Zeit immer wieder Gold? Ich speicher die neuen Goldsplits doch, oder nicht? Ich drücke immer auf Ja, wenn er mir sagt, da sind neue Zeiten, aber okay. Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Mich wundert's halt nur gerade die ganze Zeit. Wobei, ich bin ja auch diesmal nicht an der Säule hängen geblieben, ne? Das macht er natürlich zum letzten Mal schon einen Unterschied, wenn der Rest, der Weg dahin gut läuft. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Oh mein Gott. Du verhinderst jetzt weiter Goldsplits. Das ist jetzt ein neuer PB. Dankeschön, Michi. Dankeschön. Ich hab dich auch lieb. Das hätte jetzt noch gerade schief gehen können. Hallo, Mark. Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Wollen wir halt bleiben da hängen. Ich hatte mich doch beschwert. Ich hab mich überhaupt nicht beschwert. Ich hab mich gewundert. Das ist ein Unterschied. Das war zu weit schräg, ja. Das war zu weit schräg. Sehr gut, Herr Deutsch. Einfach nur zu sagen, das war zu schräg, das reicht halt nicht. Das war zu weit schräg. Na bitte. So bei den Pfeilen noch ein bisschen zu weit ausgeholt. Er hat's noch geschafft zu schießen. Blöde Maske. Ach ja, hier kann ich ja auch an dem blöden Türtrigger vorbeilaufen. Das ist so doof. Ich steh wieder doof an der Wand und warte, dass ich rauslaufe und es passiert nix. Einfach gröde Maske. Einfach gröde. Er war das erste Leben. Schon wieder. Die erste Seele geboren aus Wahrheit. Aus mir kamen die ersten Folgen. Ne, aus mir stand da nicht. Ich hab... Ich kann nicht lesen. Danke, Mark. Der Anfang endet. Eines Tages wird es auch dir so geschehen. Steht da dort überhaupt nicht. Wenn man denkt, man kann mitsprechen und den Text auch nicht kann. Sehr gut. So, El Hanan. Nee, lassen wir das. Du hast eine Idee, mit der du Geld verdienen könntest. Ja, dann lass mal hören. Wir wollen dir die Idee alle klauen. Ist ja wohl logisch. Eins, zwei, drei. Also, du meinst wie eine Art Greenscreen. So gesehen. Müssten die ja an sich theoretisch nur grün sein. Aber um das zu machen, müsstest du halt echt immer auch... sicherstellen können, wie die... dass alle vorher wissen, wie sich die Kameras bewähren, damit das vorberechnet werden kann. Wobei, das könnte auch über ein Muster geschehen, dass es halt nicht einfach nur grün ist, sondern... Ja, doch. Einfach so ein Muster. Ja, dann halt nicht grün, dann halt blau, oder... Halt am besten ein Muster, dass man das je nach Kamerawinkel auch sieht, wie das darauf projiziert werden muss, die Banner. Ne? Ein Muster dann irgendwie, was die Kameras erkennen können. Das macht schon mehr Sinn als einfach grün. Früher hat man ja auch blau anstatt grün für die Dinger benutzt. Ja, das ist es halt. Und das ist halt eigentlich mit bald jeder Farbe so, ne? Deswegen eher irgendein Muster, das halt auch zur Erkennung dient. Oh, ich bin gegen den Käseball gegengerollt. Oh, es ist doch nicht wahr. Oh, es lief doch so gut. Das eine Problem wäre dann dabei halt auch noch... Du hast dann halt keine Werbung so im Stadion, sondern halt nur im Fernsehen, ne? Oh, das war auch schlecht. Deswegen, dann hast du halt für die Leute, die im Stadion sind, keine Werbung da. Ja, ich möchte... Do you want to update them? Yes, please. Oh, ich krieg echt ne Rappel. Oh, das lief doch so gut. Dann sterb ich zweimal bei Molkaiin und einer der auch mit einfachsten Bosse, wenn man denn das richtig macht. Oh. Ich krieg ne Rappel. Ja, aber das ist dann... Das Problem ist halt nicht die festen Kameras, die montiert sind, sondern hier, die möglicherweise irgendwie am Spielrand noch hin und her bewegt werden. Da ist es schwierig. Winkel an einer festmontierten Kamera, die immer an derselben Stelle ist, das wäre kein Problem. Aber ich glaube, mit Bewegung und Winkel, das zusammengemischt irgendwie, das könnte schon teilweise problematisch werden. Deswegen würde ich halt wirklich sagen, dann müsste ein Muster auf die Flächen drauf und das dann halt... Damit könnte man dann vernünftig arbeiten. Da bräuchte man halt nicht irgendwie Ausrichtung der Kamera und so. Natürlich dann halt ein geeignetes Muster. Das könnte ich mir vorstellen. Die Remote hat auch irgendwie funktioniert. Ja. Das funktioniert aber, glaube ich, nochmal ganz anders. Falsche Richtung. Hier lang. Okay, hat auch geklappt. Ah, passt nicht. Oh nein, es ist gesprungen. Ja, ich glaube nicht. Jetzt sollte halt schon irgendwie ein kariertes Muster in zwei Farben sein. Aber ich glaube, in der Remote steckt da auch noch sowas wie Gyroskope und so drin, um die Ausrichtung der Remote mitzuerkennen, ne? Ich glaube, das steckt damit auch noch irgendwie drin. Ja, umsetzbar wäre das halt auf jeden Fall. Es wäre halt, glaube ich... Ich glaube, so rentabel wäre das gar nicht. Ich glaube, sonst hätte man das auch schon gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn sich das wirklich lohnen würde, dann hätten die das schon gemacht. Oh. Ja, aber du bräuchtest dann halt, um die Daten synchron mit dem Bild zu übertragen, halt ein... Erstmal wieder ein eigens neues Containerformat und alles, weil die... Ich glaube, die Bildübertragung, die hat in den Standardvarianten nicht so ein Zeug drin, um solche Zusatzdaten synchron zu übertragen. Und in einem Extra-Kanal wäre das dann halt auch wieder etwas schwierig, das dann synchron zu halten und alles. Äh, zieh dir einen Pfeil raus. Dankeschön. Ja, ist, glaube ich, dann halt das synchron zu halten auch noch so ein bisschen das Problem. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Aber ich glaube, die... Das, was da an... Unterschied entstehen würde, ist, glaube ich, nicht so groß, dass es auffallen würde. Also... Es kommt drauf an. Ich habe ja von den ganzen Übertragungskramen nicht so eine Ahnung. Dasselbe Astabias, nicht so groß, aber ist es jemand, denn es macht das , nicht so großartig. Ich bin es bei mir. Ich bin es nach, nicht so großartig. Ich bin es bei mir. Ich bin es bei mir. Äh, das hab ich jetzt gemacht. Ich hab keine Ahnung. Ja doch, dass die sowas schon gemacht haben, das hab ich schon gesehen. Das hat man aber, glaub ich, auch nur von den Übersichtskameras, oder? Und die sind halt, das sind, glaub ich, von den Kameras, die irgendwie fest montiert sind. Da ist es dann auch nicht so schwierig. Da wär das halt auch mit den Bannern da kein Problem, wahrscheinlich. Bis auch, die Linien, die werden ja auch teilweise, ähm, ich glaube, die werden ja auch nicht wirklich vollmaschinell gesetzt. Da sagt ja auch irgendein Typ, der sagt dann noch, wo die relativ hin soll. Das mit den Bannern müsste ja halt vollautomatisch passieren. Wobei die Position sich da ja eigentlich nicht ändert, also ist das auch wieder Quatsch. Für die Banner musst du den Teil ja auch nur ein einziges Mal sagen, wo die sind und dann würde das ja immer funktionieren bei den festen Kameras, ne? Also zieht mein Argument, was das angeht, mit der Linie, dass die erst noch von jemandem da hingesetzt wird, ja auch nicht. Also eigentlich wäre das wahrscheinlich kein Problem, das zu machen, so wie es jetzt ist mit den festen Kameras natürlich. Dann ist halt noch die Frage, das ist dann noch eine Frage, die man stellen könnte. Wenn die Kamera während diesen Anzeigen schwenkt, sollen die Banner dann einfach mitfahren oder sollen neue angezeigt werden? Dass halt an einer bestimmten Stelle auf diesen Flächen halt immer dieselbe Werbung ist oder ob die halt, egal in welche Richtung die Kamera guckt, gerade immer dasselbe angezeigt wird. Weil wenn das irgendwie so scrollen soll, dass je nachdem, wo die Kamera guckt, was anderes ist, so wie es ja halt in echt auch ist, dann brauchst du halt wieder irgendwelche Messpunkte auf den Bannern, um zu wissen, wo du gerade bist. Das würde ansonsten halt nur funktionieren, wenn du wirklich von einer Seite zur anderen rüberschwenkst. Aber wenn die Werbung halt, wenn du die Kamera rumdrehst, gleich bleiben soll, halt sich die Position davon einfach verändert, dann wäre das halt kein Problem. Da musst du halt nur erkennen, wo ist das Feld, wo die Banner reingehören. Dann blenden wir das da ein. Dann wäre das eigentlich auch schon kein Problem, auch ohne irgendwelche Muster. Wenn man was für dieses mit Kameras schwenken und unterschiedliche Banner anzeigen, da wäre halt noch die Möglichkeit, wenn man die Annahme trifft, die Banner in der Arena, in dem Stadion, meine ich, die sind immer gleich lang. Dann könnte man das halt als Anhaltspunkt dafür nehmen und überdeckt die halt einfach mit irgendwas anderem. Dann wäre das halt auch schon gelöst, das Problem. Dann müsste man auch nicht mit hier, dann würde das auch wieder mit den Kameras gehen, die sich bewegen. Dann hätten wir das Problem eigentlich doch nicht. Wenn wir die Annahme treffen, man kann die Banner, die da in Wirklichkeit hängen, gut unterscheiden, die Grenzen und die sind alle gleich lang. Dann braucht man nämlich nur wissen, wie viele Banner passen auf eine Längsfläche, um die neu zu übersetzen. Oder das musst du wahrscheinlich nicht mehr wissen. Du musst nur wissen, wie lang ist so ein Banner, glaube ich. Wenn überhaupt. An sich reichen die Grenzen ja. andere Ansätze, dann bin ich immer gespannt. Ja, genau. So ähnlich meine ich das ja. So ähnlich meinte ich das ja gerade auch mit von wegen wissen, wie lang so ein Banner ist oder einfach als feste Annahme treffen und das vorgeben, dass die immer gleich lang sind oder so. Dann würde das auch funktionieren. Aber eine Sache, ist das bei den großen Spielen, wie EM-Spiele und WM-Spiele, die im Fernsehen übertragen werden, weltweit. Ist das da nicht so, dass da eh nur immer die großen Sachen daran hängen, die man eh überall kennt? Vielleicht hat das deswegen einfach noch niemand gemacht und mit so einer Technik angekommen, weil da eh die Sachen hängen, die man fast überall kennt. Und dadurch, dass diese Sachen dann... Und dann dadurch, dass diese Sachen von anderen Sachen im Fernsehen dann überdeckt werden, heißt dann, dass du Werbeeinnahmen davon wegnehmen würdest. Das heißt, für die Werbung direkt im Stadion wird wieder weniger Geld gezahlt werden und am Ende hättest du auch wieder nichts mehr davon. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Problem, weswegen das möglicherweise nicht gemacht wird. Hallo, Randy. Ich glaube, das ist halt wirklich das größte Problem, warum man, wenn man schon auf die Idee gekommen ist, das nicht macht, weil die Werbe... Das, was man für die Werbung in dem Stadion bekommt, dann halt dadurch stark sinken würde. Das könnte ich mir dann halt wirklich noch gut vorstellen. Wir sind nur so eine große Firma wie Coca-Cola zum Beispiel. Dafür zahlt das die Werbung da ist, dass man sie weltweit sieht. Und dann kommen da Fernsehsender und überdecken das mit was anderem. Ja, dann gehen da halt... Dann hat... die Coca-Cola-Competi dafür halt... hat weniger davon und würde auch weniger zahlen, dann dementsprechend. Ich glaube, das ist ja sowas, das man eigentlich überall kennt oder fast überall, ne? Und wahrscheinlich auch da mal öfter sieht. Ich glaube, das habe ich damals, als ich zumindest noch hier WM-Spiele von Deutschland angeguckt habe, zum Beispiel gesehen da als Werbung. Ich glaube, die wären dann auch wieder welche davon, die das nicht so lustig finden würden. Okay, Aria. Schönen Abend noch. Bis dann. Ich werde die ersten drei Teile spielen. Ich habe die nämlich alle jetzt hier. Ich habe die alle hier. Ich habe die halt... Ich habe die ersten drei Teile für 40 Euro auf Ebay gefunden. Da musste ich zuschlagen. Ich musste. Genau, es gibt einen Basissatz, aber der richtet sich dann halt auch, wie weit das... wie weit man das sehen wird. Und für eine weltweite Werbung wird wohl mehr gezahlt als... nur irgendwie stadionweite Werbung, wenn die dann durch Fernsehsender abgedeckt werden. Der freut sich noch jemand. Der Becky hat sich auch schon drüber gefreut, als ich das erzählt habe, dass ich das vorhabe. die war davon auch begeistert. Oh nein, nein! Stirb! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt mit dir, Mulcahin? Ich hasse dich! Oh, ich habe nicht getroffen, ich depp! Der einzige Grund, warum ich das heute halt noch nicht gespielt habe, ist, ist, weil der Video-Converter noch nicht angekommen ist. Weil um die Elgato hatte ich mich halt schon gekümmert, als ich Geburtstag hatte und habe dann das Geld, was ich da so bekommen habe, dafür benutzt. Das heißt, die hatte ich schon hier und dann halt... Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, dann kaufe ich mir noch einen Video-Converter, dass ich das Kart auf HDMI bekomme, dass ich das dann in die Elgato reinbekomme. Ja. Dann wird das auch gestreamt. Ich hatte mal alle drei Teile, nur die habe ich dann halt irgendwann mal verkauft und so im Nachhinein gesehen. war das mit eins der dünnsten Sachen, die ich getan habe. Und damals war es dann halt noch weniger Geld und wenn dann mal neue Spiele her sollten, mussten halt auch ab und zu mal ältere weg und da ist das halt leider mit weggefallen. Und so im Nachhinein, gerade so was Spyro oder Crash Bandicoot angeht, oh... Könnte ich mir jetzt noch in den Hintern beißen, dass ich das wieder verkauft habe, für andere Sachen. Ja, und die meiste Zeit ist, wenn du da jetzt auf Ebay oder so nachguckst, ist das ja halt immer so sau teuer. Und als ich das gesehen habe, die ersten drei Teile für 40 Euro, das ist ja halt... für den Zustand, in dem sich die auch noch befinden, ist das halt... echt billig. Da sind halt echt nur leichte Kratzer auf den CDs drauf, wenn überhaupt. So nur ganz, so echt ganz kleine und für den Zustand halt noch nur so wenig, das ist halt voll gut. Normalerweise liegst du da jetzt teilweise für einen, für eine Sache bei 40 bis 60 Euro, je nach Zustand, wenn nicht sogar noch mehr, je nach Spiel. Dann werden wir dann mal sehen, wie das mit dem Converter und Upscaler aussieht, wie gut oder schlecht das Bild dann ist. Ja, und halt für solche Spiele, die halt auch nicht mehr hergestellt werden, ne? Da kannst du halt nicht meckern. Da musste ich dann halt echt einfach mal... konnte ich nicht anders. Ach, komm schon jetzt. Ja. Ach komm, das müsste jetzt aber passen. Na bitte. Dieser Tod bei Mulcaïn, der war halt wieder so unnötig. Hat wieder so viel Zeit gekostet, dass ich ihn nicht getroffen habe. Oh, Mann. Wahrscheinlich wäre es dann trotzdem noch schneller gewesen, wenn ich nicht gestorben wäre. Aber naja. Ja, das habe ich mitbekommen. Es sind... Also es ist jetzt kein... Es hieß Remaster und nicht Remake. Also... Remaster ist ja dann meistens doch eher so wirklich ganz nah ans Original angelegt, halt nur mit besserer Grafik und so. Aber das ist mir so egal. Als ich das mitbekommen habe, das war auch wieder so... Oh, ich brauche noch einen Grund mehr, warum ich eine PS4 brauche. Ich bin nicht gerollt. Aber wenn das dann von Spyro auch noch kommen würde, das wäre halt auch noch egal. Dann würde ich es auch noch mal spielen, ne? Auch wenn ich es dann jetzt so schon... noch mal... auf der alten Konsole gespielt habe. Das wäre mir so egal. Ich würde es noch mal spielen. Das Remake von Resident Clank will ich ja auch noch spielen, wenn ich dann eine PS4 habe. Aber ja... Es wäre zu gut. Es ist halt schade, dass man da noch nicht mehr drüber weiß, außer dass die daran am Arbeiten sind. Das ist ja in der Pressekonferenz wirklich nur in einem Satz gefallen. Und dann haben sie Skylenders gezeigt, wo man jetzt auch Crash spielen kann. Aber das... Ja... In dem Skylenders sah Crash auch irgendwie ein bisschen seltsam aus, fand ich. Und Spyro sieht in dem Skylenders ja auch als ich den gesehen habe, echt furchtbar aus. Es ging halt mal gar nicht, was die da auf Spyro gemacht haben, ne? Da kannst du halt echt mal nur von einem schlechten Abklass reden, wenn ich ehrlich bin. Das sah halt so überhaupt nicht wie Spyro aus. Ganz entfernt vielleicht, nicht, aber sonst... Da ist es bei Crell... Es ist mir auch so egal, dass das nur ein Remaster ist. Ich würde es halt trotzdem spielen. Auch wenn ich mir jetzt... Wenn ich jetzt noch günstig an die Alten würde da rankomme, ich würde die Remastered dann auch noch mal spielen. Was halt auch noch cool wäre, was mir so einfallen würde, als Remake oder Remaster oder wie auch immer, wäre Crash Bash. Das war halt auch so ein... Das ist so ein Ding aus ganz vielen Minigames und so zusammen. Und das dann halt mit Internetfunktion. Das wäre, glaube ich, das fände ich auch so richtig cool. Nein, ich habe den Pfeil nicht aufgeladen. Aber was ich dafür halt erstmal bräuchte, eine PS4, ne? Ah. So furchtbar. Also das fand ich ist auch ein echt schönes Spiel. Das habe ich auch damals mit einem Freund echt viel gespielt, da die im Koop dann die Kampagne durchbekommen. Ja, ist richtig geschrieben. Genau so heißt es. Das hat dann mit einem Freund im Koop halt die Kampagne durchgespielt. Das war... Das hat auch echt etwas länger gedauert, aber das war halt trotzdem echt... Ich fand das Spiel halt auch immer echt gut. Oh. 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 Nein, daneben. Ah, ich habe gegen seinen Pfeil geschossen. Mein Pfeil! Gib mir meinen Pfeil wieder her! Ah. Mein Gott. Kannst du da hochlaufen? Also ich... Obwohl ich meinen Pfeil jetzt nicht aufgehoben habe, ihn noch getötet... geschafft habe. Ein Wunder. Okay, Randy. Bis dann. Und dir auch noch einen schönen Abend, Michi. Jetzt hauen sie alle wieder ab. Also ich fände es halt echt gut, wenn dafür auch wieder... Oder halt ein ganz neues, was halt auch so auf der Art basiert. Das wäre... Ich fände es halt gut. Und natürlich mit Internetfunktionen. Local Coop kann ja jeder. Oder Local Multiplayer. Aber über das Internet, das wäre halt auch schön. Plus 2 Minuten 17. Oh Mann. Bei Fußball mehr ist ja, das finde ich auch. Richtige Einstellung. Aber auch so, was jetzt hier Spyro angeht, wenn ich das spiele. Eine Sache, die mir da halt echt ein bisschen aufstößt, ist, dass die Video Converter Schrägstrich Upscaler in dem unteren Preissegment die skalieren das halt echt schön auf 27 oder sogar 1080p hoch auf 50 oder 60 Hertz. Das Problem ist, die skalieren das halt wirklich immer alle auf 16 zu 9 hoch und ich hoffe, das sieht dann nicht allzu schlimm aus. Oder es macht es nicht schlimmer. Ich werde das dann in OBS eh wieder auf 4 zu 3 quetschen, aber mal gucken, wie das dann aussieht. Das wäre halt ein echt Mist, wenn das dann halt dadurch echt unschön aussieht. Hallo, Marcel. Ich habe mich auch schon ein paar Tage länger nicht mehr hier gesehen. Wie geht's dir? Was ich da so halt, als ich nach so einem Ding gesucht habe, halt meistens gelesen habe, was halt so mit Abstand wohl der beste Upscaler und HDMI-Converter da Kram sein soll, ist so ein XRGB-Mini-Frame-Master oder so heißt das Ding. Das kostet halt nur 300 Euro und das Geld habe ich halt nicht dafür. Sollen wir halt mit Abstand der beste sein, auch gegen andere teurere? aber naja. 300 Euro ist dann doch ein bisschen viel. Und dann werden halt kommen halt noch Zoll dazu. Als dann halt glaube ich auch noch mal irgendwie über 50 Euro mehr werden dann. Weil irgendwie mag ich es halt jetzt besonders, wo ich es wieder habe, auch gerne auf der Konsole spielen würde und ich habe halt bis auf den Upscaler habe ich halt die Möglichkeiten dafür, ne? Und dann habe ich halt das Ding auch noch dazu gestellt. Auf der richtigen Konsole ist es halt doch noch mal was anderes, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Geht, geht uns selbst, also mir geht's auch ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, 300 Euro. Dafür sieht er halt, wenn man wirklich da Screenshots vergleicht, was halt genug Leute gemacht haben, das sieht halt meistens abstandsmäßig echt besser aus. Auch gerade wenn du kein RGB-Signal hast, sondern halt eins dieser anderen Signale, die es da noch alle gibt, da macht er halt wirklich ein echt gutes Bild im Gegensatz zu anderen preisgünstigeren Upscalern. Das wäre dann halt wirklich nur eine Investition, die ich machen könnte, wenn ich hier durch teilweise mein Geld verdienen würde, regelmäßig auf älteren Konsolen irgendwas spielen, möglicherweise auch Speedrun würde oder so, dann wäre das halt das Einzige, wo sich so eine Investition auch wirklich lohnen würde, wo dadurch, dass ich das Ding halt dauernd benutzen würde und nicht halt mal ab und zu, wenn ich dann mal ein Spiel auf einer älteren Konsole spiele, ne? Dann würde sich so eine Investition vielleicht mehr lohnen, wenn es dann häufiger in Gebrauch wäre. Ist halt das so, was ich halt durch, als ich so ein Ding gesucht habe, des Öfteren mitbekommen habe, dass das Ding halt echt sehr gut sein soll. Ah, naja, 300 Euro ist für das bisschen, wo ich es benutzen würde, halt auf jeden Fall zu viel. Dann würde ich dann halt noch ein kleines bisschen mehr Geld zurücklegen und dann eine PS4 erstmal nehmen, ne? Noch eine Woche, dann geht es nach Rügen Sommerferiencamp auf Kinnertz. Ach, auf Kinnertz aufpassen. So, da fehlt das Fehlsatzzeichen. Ich habe den Satz erst nicht verstanden. Gerade halt, wenn ich wirklich irgendwie irgendein Game auf Konsole speedrunnen würde und dadurch das Ding halt dauernd im Einsatz wäre, dann würde ich halt auch nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber so, nee. Erlebe ich vielleicht mit einem kleinen bisschen, mit ein bisschen schlechteren Bild, was ich irgendwie anders noch vielleicht gelöst bekomme. Dafür bezahle ich dann aber einen Bruchteil von dem, was das Ding kostet. Eben, erst mal Geld haben und sparen. Das ist halt auch noch so eine Sache. Hier tonatet mir einfach alle nicht genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so was kann ich noch nicht sagen. Und tötet mich nicht schon wieder. Kannst du jetzt mal in meine Richtung springen, wenn der Pfeil... Oh mein Gott, das war auch nicht getroffen. Nee, kein Hype. Lass das mal. Das ist so schon immer noch ungewohnt genug, wenn das Ding mal jemand benutzt. Also den Link da unterm Stream für ein kleines Trinkgeld oder so. Das sollte ich jetzt gerade, so wie ich das formuliert habe, dazu sagen. Oh Mann. Das war schlecht, doch nicht. Das klang als erstes formuliert doch sehr falsch. Kalt! Kalt! Splitsplit. Mark. Warum? Warum? Jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht, dass ich das gerade so formuliert habe, obwohl das nur Spaß war. Macht doch sowas nicht, ey. Ich kriege hier mit euch noch die Krise. Es ist nicht wahr. Ich habe mich wieder von der Tür zerquetschen lassen. Der Mark hat mir 10 Euro geschenkt und hat dazu geschrieben, wer donatet hier nichts, Kipo? Ja, du gehörst offensichtlich nicht mehr dazu. Oh Mann. Vielen, vielen Dank, du. Pappnase, du. Ich sage da einfach nichts mehr zu. Man kann nicht mal einen Spaß mit sowas machen. Und dann benutzt das Ding direkt wieder jemand. Das ist so furchtbar. Mach das doch nicht. Fühle ich mich gleich wieder total schlecht. Jetzt reicht's ja fast für ne PS4. Ja, fast, ne? Ja, jetzt wirst du ja auch noch als Pappnase bezeichnen. Ja, wenn du das einfach jetzt machst... Klar bist du dann ne Pappnase. Nein, du blödes Schleimmistvieh! Oh, das wäre so gut... Der Kampf war so gut und dann war ich zu greedy und da kam ein Schleim angesprungen. Oh, der Kampf war doch viel zu gut jetzt gerade eigentlich für meine Verhältnisse. Ja, ich hoffe doch, dass das so passt. Das ist eigentlich schon wieder viel zu viel. Das ist eigentlich schon wieder viel zu viel. Aber sowas von. Ja, das ist eigentlich schon wieder viel zu viel. Oh, nein, du bist zu hoch gehüpft. Ich hüpf halt noch mehr in die Ecke, weil du dich da... Ah, nicht alles so Kalkummi und Bonbons auf den Kopf hauen. Nee, nee, das bleibt schön halt erstmal da, wo es ist. Bis dann da... mehr ist und ich dann halt mir wirklich irgendwann mehr ist, hier kaufe. Weil das wäre halt, dass wirklich das nächste Grund ist, was ich mir dann halt mal anschaffen würde. Egal, ob jetzt von hier Geld dazukommt oder halt nicht. nur sowas Kleines ermöglicht es mir dann halt auch, da ein bisschen schneller dran zu kommen. Da muss ich halt ehrlich sein. Auch wenn es halt alles andere als nötig ist, ne? Äh, komm, kooperier. Ach, ja, du... Ah, Drecksvieh. Ha, RNG. Ist doch eine schöne Sache. Nicht? Ach, mir fällt gerade auch noch eine Sache ein, die ich eigentlich zu... Ach ja, die ich hier noch das nächste Mal mit dem Chat... Ich wollte den Chat hier eigentlich noch verschieben. Ähm. Ich wollte den Chat eigentlich halt in der richtigen Breite über den Timer machen, dass ich das alles an einer Stelle hab, mit richtigem Hintergrund und so. Hab ich auch wieder... Okay, da hab ich nicht dran gedacht, weil ich das ja recht spontan gemacht habe. Ja, deswegen hab ich das noch nicht gemacht, weil dann hätte ich's halt übereinander, das wird dann vom Hintergrund passen, wenn ich's richtig einstelle. Ja. Hab ich noch nicht. Äh. Richtig dreisten gesehen, ein Restream von der E3 gemacht. Mit dem Stream einen großen, fetten Banner wurde auch schon Donate und es war ein Deutscher. Yay. Na, ganz toll. Ist jetzt die Frage, ist der Banner auch sonst so? Aber auch sonst ist das halt doch immer komisch, irgendwie einen dicken, fetten Banner unterm Stream zu haben, wo Donate draufsteht, ne? Es ist halt, wenn man's richtig förmlich nimmt, kein... keine Spende. Es ist ne Unterstützung. Okay. Wenn das nur der Banner war, dann ist das halt wirklich einfach nur der Reist. Dann ist das echt einfach nur der Reist. Wenn das das Einzige ist, was man unter seinem Stream stehen hat, dann... das geht halt gar nicht. was er. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist dann halt... Und wahrscheinlich dann noch so ein total kleiner Streamer, der halt noch fast gar nichts an Zuschauern und so hat, wa? Das sind dann immer noch die Besten. Hauptsache einen Link dafür haben, um Geld zu bekommen. Ja, das war auch... Das ist halt... Das ist aber echt nochmal eine Nummer arschiger, als einfach nur ein Donate-Button und sonst nichts dazu haben, ne? Die Leute mit einer vorgespielten Behinderung zu verarschen. So einer war das ja. Das war ja schon fast irgendwie zu erwarten. Sowas ist dann halt echt immer drauf. Die dann halt wirklich... Wo das dann halt wirklich den Eindruck macht, die machen das nur, weil sie Geld haben wollen. Weil dafür macht man's halt nicht. Das kann halt vielleicht mal bei ein oder anderem so werden, dass es halt wirklich ne... Neben- oder sogar Haupteinnahmequelle wird, klar. Aber halt von Anfang an von Müll so anzufangen, das ist halt... Das ist halt in meinen Augen schon etwas schwachsinnig. Wie mit den Möppel-Camps, ja. Da kommt dann halt aber auch leider immerhin auch noch dazu. Erstmal ist es halt natürlich klar. Sowas müsste nicht sein. Das Problem ist dabei halt aber leider auch... Es gibt genug Leute, die sich das angucken. Und deswegen wird das auch nicht aufhören. Das ist halt das große Problem dabei. Es funktioniert. Leider. Natürlich. Es sollten halt... Natürlich. Es sollten halt natürlich jetzt hier, was Twitch angeht, natürlich auch andere Sachen wie ähm da kannst du nicht nur sagen, die Games, sondern hier gibt es ja auch genug Tief-Streams. Es gibt Leute, die häkeln und das gucken sich haufenweise Leute an oder hier Perler oder was weiß ich, also nicht nur Games, aber es sollte halt schon dann um den Kram gehen und im Idealfall sollte der der dann streamt oder die halt auch noch ähm Entertainend sein irgendwie. Unterhaltsam, das ist das Wort, was ich auf Deutsch gesucht hab. Und nicht weil da jemand jetzt seine Brüste ins Bild hält, so total mit einem tiefen Ausschnitt und allem. Ah ja, leider Sex hält, das ist es halt. Das ist es halt. Ja, natürlich, aber ich meinte das jetzt halt, sowas kommt halt einfach nur Games dann halt auch wieder zu grob gefasst, deswegen meinte ich das. Ich bin jetzt auch nicht so der, der sich jetzt großartig Häkel-Sachen anguckt oder so, ich bin doch meistens eher bei irgendwelchen Streams, wo halt Games laufen irgendwas. Ja, natürlich. Was die Sache des Geldes angeht, machen sie das halt auch. Wenn man in dem Wort laut bleiben will, machen sie es richtig. Es ist halt nur leider schade, dass es funktioniert, weil ich seh das halt so, wenn ich sowas sehen will oder mehr, dann geh ich halt auf andere Seiten. Ja. Da muss ich nicht auf Twitch mir irgendwas angucken, wo da eine die wahrscheinlich nicht mal richtig zocken kann oder so. Oder was anderes. Angucken, nur weil die dann ihre Brüste ins Bild hält, ne? Ja, genau. Games, Gaming, Talkshows. Was gucke ich mir ja auch an? Meistens. Weil Rocket Beans für mich persönlich jetzt irgendwie nicht so meins ist, aber ich kann verstehen, warum man sich sowas anguckt. So ab und zu gucke ich ja dann auch mal rein, nur halt recht selten. Weil so auf Dauer ist es immer nicht so meins. Gucke ich mir doch lieber richtig jemanden an, der irgendwas spielt. Ob gut oder schlecht, ist dann immer eine andere Sache, kommt immer drauf an. Ich bin ja schon Guy. So was gucke ich mir dann so was ähnliches, was die Rocket Beans oder so machen halt eher auf YouTube an, weil mit dem Chat ist es da ja eh schwierig da macht es für mich dann eh eigentlich keinen Unterschied, ob das jetzt ein Video oder ein Livestream ist Uh, Goldskillit, sehr schön Nice Ja, aber so was lässt sich ja leider bei so großen Sachen halt nicht vermeiden, ne? Hat man ja zum Beispiel auch wieder bei dem E3-Chat auf dem Twitch-Channel, auf dem Twitch-eigenen Channel gesehen das war halt auch wieder Das brauchst du halt nicht lesen, das ist dann halt meistens eh nur irgendein Müll- oder Rumgemeeme alle mit ihren Memes, ihrem Rockchamp-Spam, ihrem Kappa-Spam, alles Wobei der Twitch-Channel ja eh eine Ausnahme ist bei so einem Event, weil da ist eh niemand, der den Chat lesen würde von den Leuten, die auf der E3 sind und die Pressekonferenzen halten, ne? Wobei es trotzdem halt ist Wobei die da ja, was ich teilweise gesehen habe doch echt mit dem Bannhammer rumgeschwungen haben im Twitch-Channel Da wurden Leute bestimmt vor 10 unterschiedlichen Moderatoren getimeoutet, wenn Müll kam und dann halt so richtig da hat es richtig durchgerattert Wie lange ich noch on bin? Ich habe, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung Ich habe ja schon Wochenende also von daher wohl auch noch ein bisschen länger Würde ich jetzt mal sagen Was halt auch meistens bei so großen Chats halt dann auch immer wieder durch wird, ist halt Die Leute, die dann unbedingt Aufmerksamkeit des Streamers brauchen und dadurch ihre Frage dauernd wiederholt, spammen und alles Wodurch dann der Chat halt erstmal überhaupt unleserlich wird durch diese Leute dann Weil ich kenne auch einige die haben dann auch so doch schon höhere Viewerzahlen und da ist der Chat halt echt ruhig weil die Leute sich halt echt alle benehmen können Wo dann halt nicht dauernd dieses Aufmerksamkeitsgehasche ist Es liegt aber auch teilweise daran weil wenn das zu oft weitergeht dann sind die Mods halt schnell da ermahnen die erstmal oder hauen sie direkt weg Dann entwickelt sich sowas halt erst gar nicht, ne? Und ich glaube wenn das irgendwann mal passieren sollte bei mir dass das größer wird würde ich das glaube ich auch nicht anders machen weil mir gehen diese Leute, die dann dauernd ihre Frage wiederholen müssen auch schnell auf die Nerven Erwohle lauf ich lang Okay Marc, gute Nacht Schlaf schön Ja natürlich Natürlich Irgendwo will man auch vor dem Streamer gelesen werden Aber es ist dann wenn der halt mal in dem Chat der ein bisschen schneller scrollt nicht sofort dich liest dann muss man das nicht nach 30 Sekunden oder so schon wieder posten Oder noch schneller oder irgendwie sondern wartet man halt mal einen Moment länger oder so dass der Chat halt nicht voll gespammt ist mit solchen Leuten, ne? Ach, ich soll mir da nicht so einen Kopf drüber machen Pfff Nimm ich auch Puh Ich mag dich auch nicht Ach, ihr seid doch alle doof wisst ihr das Hört mit dem Schwachsinn auf Wir haben eins Wir haben vier Ach, wir haben zwei meine ich Wir haben vier Wir haben zwei Wir haben wieder vier Dann haben wir sechs und dann haben wir acht Seid ihr jetzt zufrieden? Habe ich euch gut einen vorgerechnet? Direkt erstmal falsch gerechnet weil eins plus eins ist definitiv immer noch eins Ja Und nicht zwei Das muss man wissen Das ist neu Das wurde letztens erst so beschlossen Ja, dankeschön Immer wieder gerne Wie schreibt man Haus? Ja, Haus natürlich Dann schreibt man noch einen Doktor davor und dann hat man eine gute Serie Also Bibel schreibt man Slash Timeout Marcel Kannibal Eins Du willst es drauf anlegen Dass du gleich getimeoutet wirst, wa? Oder wie sehe ich das gerade? Gar nicht Timeout Ja, der Befehl für Spurgeon ist halt Slash Timeout Name Eins Weil für eine Sekunde dann halt Uh, Goldsplit Sehr schön Lügen ja niemals Niemals Ich würde niemals lügen Yes, den Quick Kill bekommen Sehr schön Nur nicht so quick wie sonst Wie das letzte Mal als ich ihn hatte im Goldsplit Nein, ich binetched Mist, du blödes Mistvieh. Du blöder Eiszapfen, ne? Oh, ich krieg den Rappel. Und ich hab mit meinem Pfeil auch nicht getroffen. Gute Nacht, Mark. Ach, wo ist mein... Wie ist mein Pfeil denn jetzt da hingekommen? Ah, man, es ist so gut gegangen. Und da kommt dieser dumme Yeti. Ah, ich kriege die Krise. Jetzt bist du echt weg gut. Also nicht gut, sondern... Ach, du weißt, was ich meine. Du Vollpfostenvieh, ne? Ich hasse dich, ich hasse dich. Ah! Warum versaust du Dregsvieh denn jetzt meinen Run hier? Oh! Oh mein Gott, das war jetzt mein Fehler. Ich hab halt voll daneben geschossen. Aber oh mein Gott, es ist so... Warum? 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 Nach rechts weg, auf die Rolle warten, auch einmal weg und dann in den... Der Yeti ist kaputt, der funktioniert nicht mehr. Wusel, 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 böser, Mark. Wolltest du nur mal Aufmerksamkeit hier bei dem ganzen gewuseln im Chat? Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, Marcel. Jetzt bin ich auf magische Weise nach oben gerollt. Na bitte, geht doch. Oh Mann. Oh Mann, zwei Minuten fünfzehn. Ah. Zwei Minuten fünfzehn. Dregsvieh. Oh mein Gott. Ist doch nicht mehr wahr. Wie oft ich jetzt an diesem Mistvieh verreckt bin. Aber was will man machen? Ist ja nicht so, dass Zeron allgemein ganz schön war. Nein. Er will denn schon neue PVs machen. Also ich doch nicht. Das wäre ja albern. Ja, der wollte auch Aufmerksamkeit. Aber nicht an seinem Hintern. Da, wo der Pfeil reingehört. Ach Mann. Ich war halt echt noch auf einem Sub-20-Pace. Aber nein, der Yeti sagt sich so unter 20 Minuten. Nein, das machst du nicht. Das ist nicht drin. Ist ja nicht so, dass die Seele das gleich bestimmt wieder verhaut oder jetzt Goal Set oder so. Nein, der Yeti hat dafür schon gesorgt, dass es über 20 Minuten bleibt. Oh nein. Oh, ich war doch schon. Ich war doch schon. Ich habe zurückgezogen. Oh nein. Natürlich willst du jetzt nicht mehr da vorbei. Auch wenn ich nicht zurückgezogen hätte und dann, ne? Okay, jetzt hätte ich es mir hier mit ihm auch schon versaut mit Sub-20. Aber okay. Ja, die einzige Schwachstelle an dem Yeti ist sein Hintern. Das heißt, der Pfeil kommt in die Pobacke. War ja klar, dass du dich nochmal melden musst, wa? Für mich ist er mag, du. Sieben Tote, sechs... Also, das heißt, ich bin sechsmal an dem Yeti gestorben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann ne First-Try-Seele. Oh mein Gott. Ist doch jetzt nicht wahr. Oh mein Gott. Das war nicht ein ganz perfekter First-Try, sondern... Den hatte ich auch schon mal schnell dazu. Zwischen Goals Head und der Seele. Aber okay, es ist immerhin ein First-Try. Das sind keine 40 Sekunden. Oder es waren jetzt vielleicht 40 Sekunden. Oh Mann, das ärgert mich gerade echt, ne? Das ärgert mich gerade so sehr. Nein! Oh mein Gott. Es war halt bis auf den Yeti war es durchgehend grün. Zwar ab und zu hell und dunkelgrün, aber es war grün. Oh! Mann! Oh, ärgert mich das gerade, das zu sehen, ne? Jetzt hast du gesagt, okay, hat gerade gehangen. Ja, hast zum Glück nichts verpasst. Das ist ja kein Pibi mehr geworden. Aber halt durchgehend grün, ging hellgrün und ja... Und sogar Geld und nein! Yeti! Ach ja, ach ja! Ach ja, ach ja! Mäh! Einfach meh! Ich find das voll uncool! Sogar in die In-Game angezeigte In-Game-Zeit ist über 20 Minuten noch geworden. Es ist so furchtbar. Ach man, ach man. Machen wir das jetzt nochmal so? Nur wir machen beim Yeti keine Fehler. Und los! Ja, find ich auch. Guck mir mal, ob ich den auch einhalte. Wie, da ist noch Schleim hingefallen. Oh mein Gott. Dafür, dass die Anfangsposition von ihm schlecht war, ist der Kampf gut gelaufen. Die Todesposition da ganz oben am Rand ist natürlich wieder nicht ganz so gut, aber was will man machen? Bestimmt nicht. Ich hab dich ja auch gern, Marcel. So, das war der Augenwürfel. Natürlich, bleib halt an der ganz nahen, an der Kante, Tür, Rahmen, stecken. So ein böser Pfeil. Weißt du doch. Dann ist ja gut. Wie hab ich's geschafft, dass der Pfeil da stecken geblieben ist? Das macht halt auch wieder so keinen Sinn, ohne die Tür zu treffen. Aber hey, waren ja nur 1,4 Sekunden, ich deswegen verloren hab. Ah, das war ein bisschen weit, hab ich das Gefühl. Okay, alles in Ordnung. Save. Alles in Ordnung. Ist halt überhaupt schön, dass man ihn triggern kann, obwohl man gar nicht in dem Raum ist. Also halt noch, also man ist ja schon in dem Raum, aber dass man noch rauskommt. Und ihn dann sogar noch erfolgreich töten kann. Dadurch halt diese Animation, das Einsammeln der Seele mit dem das Türöffnen zusammen haben kann. Ist schon praktisch. Wie denn ins Wasser geplumpst? Das ist halt ein ganz harter Jahr, total. Gerade ich. Das glaubt doch auch keiner. Das glaubt doch auch keiner. Ich würde sagen, wenn das jetzt wieder ein Gold-Split ist. Das wär's wieder gewesen. Ein kleiner, harter Jan. Der gar nichts weiter kann. Wow, jetzt wird's aber hier... Jetzt fühl ich mich aber verletzt. Das würde ich gar nicht, wenn ich ein harter wäre. Platsch. 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 Nein, du bist feil. Oh mein Gott. RIP. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Vor sie im ganz großen Stil, ja. Ich merk das schon. RIP. Hab ich nicht in die Pflanze reingetroffen. Mist. Na, zu früh gerollt. Der Bonk gegen die Treppe spielt zum Glück keine Rolle, weil die Tür zu langsam ist. Oh, ist das nah. Oh mein Gott. Äh, ich hab den Trigger überhaupt nicht berührt, aber okay. Wow, hat mich der, hat mich der, hat mich das Herz jetzt gerade weggesniped. Wow. So ein Mistvieh. Das hat er jetzt gezielt auf mich weggesplittet. Wow. Er hat mich jetzt aber echt weggesniped. Zitze, zitze. Ach, komm schon. Ja, das, das war jetzt halt echt... Damit hab ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ja. 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 Okay. Ja, da hab ich ein Pfeil halt gar nicht getroffen. Aber immer noch schneller. Immer noch unter 50 Sekunden. So gerade so mit 400 Steln. Hahaha. Augenwürfel, easy as always. Ist halt nett von dem Spiel, dass man da so gut platziert wird, dass man halt nur schießen und zurückziehen muss. Weil der Würfel auch so nett ist und über den Pfeil drüber rollt. Auf manche Ideen muss man auch überhaupt erstmal kommen. Zum Beispiel, ich wär halt nie auf die Idee gekommen, den Pfeil einfach nur anzuzünden, mich umzudrehen und zu schießen. Ich wär halt immer von alleine um das Feuer rumgelaufen. Weil's für mich halt immer Sinn gemacht hätte, durch das Feuer durchzuschießen und nicht nur den Pfeil reinzuhalten, sich umzudrehen und dann zu schießen. Von alleine wär ich da, glaub ich, so schnell nicht drauf gekommen. Oh. Das war auch wieder ganz gut. Schnell. Ein bisschen schneller wär's gewesen, wenn er den Pfeil nicht erst festgehalten hätte, ein bisschen. Dann geht's jetzt wieder in den Wald. Was auch so, was die Checkpoint, das Checkpoint-Skippen angeht, wenn man Any-Percent spielt, also den Speedrun macht. Dann bevor du zur Go-Z kommst, ist da im Wald der Checkpoint der letzte, den du einsammelst. Alle Bosse darauf tötest du, wenn du wirklich schnell sein willst, ohne neuen Checkpoint einzusammeln. Und wenn ich die Route richtig gesehen hab, wären die Bosse, die hier nach diesem Checkpoint kommen, halt noch Elhanan, Harpgear, also die Truhe und dann die Kayin, das Kayin-Triple, also Roll, Goal und der dritte von denen. Dann macht man einen Save-Crit hier zurück, weil das viel schneller ist, um nach Goal-Set hinzukommen. Okay, ja. Das hat niemand gesehen. Ich hab mich bewegt und dann noch voll aufgeladen und... Irgendwie ist meine Anzeige von dem Spiel wieder kaputt. Die Knöpfe, die mir sagen, wie ich auswählen und zurückkommen kann, sind wieder unten aus dem Bild gerutscht. Sieht man vielleicht so gerade so unter dem Timer, warte. Da ganz unten links sieht man noch ein bisschen was von dem Textauswahl, der da schon rausgerutscht ist aus dem Bild. Warum das passiert, keine Ahnung. Es ist aber auch nicht wichtig. Du hast keine Ahnung, was ich da brabbel, aber nix eifrig. Sehr gut. Ich hab halt nur den Unterschied zwischen der All-Bosses- und der Any-Person-Route geklärt. Oder erklärt. Any-Person müsste ich halt auch mal irgendwann laufen. Könnte man eigentlich mal machen. Weil wenn ich die Route gerade richtig im Kopf habe, könnte ich das halt sofort eigentlich machen. Ich müsste mir halt nur ein neues Blitz erstellen. Aber das heben wir uns dann für ein anderes Mal auf. Oh mein Gott. Oh, geh weg. Hallo, Desiato. Wartest du darauf, dass Marcels Kopf abfällt verlauter nicken? Ja, hoffentlich nicht. Dieser Schleim, ne? Er ist so furchtbar. Ach, warum kann ich in dem Winkel nicht auf diese doofe Tür schießen? Also, ich kann schon auf sie schießen. Das interessiert sie dann halt nur nicht. Warum auch immer. Die Tür mag halt nur spitze Winkel. Blöde Tür. Ah, das ist... Kannst du kooperieren? Nein? Okay. Okay. Ach, weißt du was? Ich komme hier nicht mehr. Ach, ich wäre doch weggekommen. Hallo, Becci. 0-0. Sind die alle so schlecht? Oder sind die alle so gut, dass wegen sie noch keine Tore geschossen haben? Das ist natürlich auch möglich. Ich habe ja eh keine Ahnung. Hoch. Okay. Kannst du auch kommen? Oh, sehr gut. Herz, hast du sehr gut gemacht. Nein, ich habe... Nein, ich habe mich getroffen. Oh, das wäre wieder so gut gewesen. Und ich habe knapp an dem Herzen vorbeigeschossen. Ah. Polen war mit Deutschland auf Augenhöhe. Das war das Problem. Sind die jetzt schon fertig oder ist nur Halbzeit? Ich habe doch... Ich habe keine Ahnung, wann das angefangen hat. Ich würde ja sagen, ich versuche Anyperson doch vielleicht gleich mal noch, wenn ich noch ein bisschen länger mache. Aber ich schaffe ja schon den Anfang meistens nicht. Aber das macht halt keinen Unterschied zwischen Anyperson und Allbosses. Der Anfang ist noch derselbe. Die sind fertig. Okay. Aber wie gesagt, ich verfolge das halt so überhaupt nicht. Dritte Halbzeit kommt noch genau. Als ob. Wir sind hier erst in der Rundenphase. Da wird noch nicht weiter verlängert. So viel weiß ich auch noch. Ach. Nein. Nein, ich habe wieder nicht getroffen, als das Herz draußen war. Warum will ich dann, obwohl ich den Timer resettet habe, immer noch wieder weiter versuchen? Genau, weil ich dieses Herz einfach abschlachten will. Es ist böse. Das weißt du ja doch, das weiß ich. Weil. Da spielt es, glaube ich, noch nicht so eine Rolle. Weil da brauchst du nicht unbedingt einen Sieger für die Punktevergabe. Aber wenn du dann halt wirklich in die Phase kommst, wo dann nach jedem Spiel ein Team ausscheidet, dann muss ja eins gewinnen. Dann kommt, glaube ich, noch eine kürzere dritte Halbzeit, so gesehen. Und dann kommt Elfmeterschießen danach, wenn immer noch unentschieden ist. Aber ich glaube, das wissen hier andere Leute besser als ich. Wie genau das funktioniert. Natürlich habt ihr mich noch glatt gemacht. Ich wollte in meinen Autos wieder noch reinschreiben, dass er mir automatisch resetten soll. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ach komm, weißt du was, du blöde Tür? Ich muss mir das angewöhnen, nicht so schräg auf dich zu schießen. Guck, das ist zum Beispiel halt das Problem, warum man nicht nach In-Game-Time geht. Ich bin hier jetzt schon irgendwie mehrere Sekunden rumgelaufen, bin rausgegangen und es steht wieder bei Null. Weil er halt nicht speichert die Zeit, wenn ich irgendwo quitte, sondern nur, wenn ich sterbe, wenn ich einen Boss töte oder wenn ich über einen Checkpoint laufe. Das ist die Mode. War das jetzt wegen Marcel oder wegen mir, Becky? Wegen Marcel, okay. Du bist gerade über meinen Pfeil gesprungen. Ich hasse dich. Oh Mann. Hey, wir haben noch zwölf Anfänge und wir sind bei hundert angefangenen Runs. Yay. Wir sind alle geschlossen gegen mich? Nee. Ich habe ja nicht gesagt, dass Fußball Unfug ist. Das kannst du doch nicht vor Becky sagen. Mich persönlich interessiert Fußball auch nicht wirklich, aber deswegen muss ich ja nicht direkt sagen, dass es Unfug ist. Was? Ach억. Nee. Nee. metallizieren. Garazös. Was mache ich hier? Hallo, Hilfe! Oh mein Gott. Ah, ich will nicht sterben. Oh mein Gott. Nein, das Herz hüpft doch in einer anderen Frequenz als die blöden Blubberblasen. Oh man. Wow, war der Kampf miss. Ist halt aber nicht für jeden Unfug, ne? Wie gesagt, für mich ist es auch kein Unfug. Es interessiert mich halt einfach nur nicht wirklich. Noch näher an der Wand hätte ich das Vieh auch nicht töten können, ne? Fünf Rollen, um hier rauszukommen. Das ist ja furchtbar. Aber weil er so weit oben gestorben ist und ich so weit oben stand, habe ich hier auch noch Zeit verloren. Hast du heute schon mal besser gesehen? Ja, der Schleim war halt ein bisschen... Der hat sich halt ein bisschen mehr gewehrt, aber sonst... Deswegen fange ich jetzt noch nicht neu an. Ich resete eh schon oft genug an dem Vieh. Im Hard-Mod ist dieses Gehirn auch voll der Trickser. Erstmal halt ist er schneller, klar. Es ist halt... Viele Bosse sind an sich schon mal schneller. Aber wenn man den im Hard-Mod aus dem Eis befreit... Er fällt halt auch so runter, aber kurz bevor er auf dem Boden landet, macht er noch so einen Sprung in der Luft, mit dem du halt, wenn du das das erste Mal im Hard-Mod machst, so überhaupt nicht rechnest. Und dann in der Regel den Pfeil unter ihm herschießt und stirbst. Ist schon ein bisschen fies. Ja, beim Schleim habe ich das heute auch schon besser gesehen, aber... Naja, was will man machen? Der ist halt wirklich RNG, wie er springt, ne? Da kann man halt dann echt nichts gegen machen. Die hier alle, die sind hart durchkalkulierbar. Aber der Augenwürfel, der rollt halt auf dich zu, deswegen ziehst du den Pfeil zurück. Das Eishirn rollt oder springt auch immer direkt auf dich zu. Wenn es dann wieder chargt. Halt, es rutscht dann... Aber wie es dann halt nach dem Chargen auf dich rutscht in dem Eis drin noch, das ist halt auch Physik. Das Fieder, wo ich aus der Arena rauslaufe, das ist halt auch... Nix mit RNG. Es schlägt halt in eine Richtung. Die Bosse, die jetzt gleich kommen, auch alle... Nix mit RNG. Alles geplant. Und trotzdem fail ich sie. Schon wieder spät, ne? Wieso? Was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Das funktioniert so im Hard-Mode auch nicht. Da muss man erst... Da muss man halt erst... Auf den Drogentrip kommen, damit man die Schwachstelle überhaupt sieht und angreifen kann. Auch sehr nett. Da musst du dich... Auf einen Drogentrip begeben, um ihn töten zu können. Konzentration weg und so. Also, den letzten Stream, wo es noch nicht so spät war und ich Titan Soul Speedruns gemacht habe, war das noch mehr eine Katastrophe. Das hier ist jetzt noch in Ordnung. Bis jetzt ist an diesem Run schlecht eigentlich nur der Schleim und der ist halt RNG. Der ist halt RNG. Der wollte halt ebenso gar nicht mitspielen. Jetzt mache ich die ganze Zeit wieder so langsam Zeitgut. Ja, ne? Obello hat halt als Untertitel missgebildeter Drogenpilz, ne? Was erwartest du? So, dann holen wir uns hier wieder den Checkpoint und gehen dann zu Golhevel. Der Maskel. Ja, rollen wir noch gegen die Säule. Sehr gut. Ja, pädagogisch wertvoll auf jeden Fall. Du tötest hier die Titanen, die dir an sich eigentlich überhaupt nichts getan haben. Und wirklich genau weißt du auch nicht, wieso. Du machst es trotzdem. Der ermordete Wächter des irgendein Tores, der jetzt wieder ermordet ist, weil ich ein Mörder bin. Und jetzt, wenn ich hier oder nicht, wenn ich mir mal... Und jetzt mal... Ich habe das hier. ... ... ... Ja, du warst das erste Leben. Die erste Seele, geboren aus Wahrheit. Bla, bla, bla. Aus ihm kamen die Ersten von uns. Jetzt schließt sich der Kreis. Der Anfang endet. Eines Tages wird es auch dir so ergehen. Tour Ende. Mehr lassen wir ihn nicht ausreden. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, daneben. Ach, Dreck. Ich hätte doch erst zu ihm hinrollen sollen. Ach. Ich hasse dich, Elhanan. Du bist voll doof. Ach, Mann. Ich habe überhaupt keine Vorteile, wenn ich nicht zu ihm hinrolle. Das ist halt das Schlimme. Ach, pff. Ja, das war jetzt wieder so unnötig. Weil ich es, auch wenn ich zu ihm noch hinrolle, noch immer pünktlich unten zur Tür schaffe, ohne Zeit zu verlieren. Und ich habe halt mehr Spielraum, was das Zielen angeht. Ja, und ich komme halt wirklich bis hier unten hin, wo ich... Ja, wo ich hin muss. Am besten während dieser Animation, um keine Zeit zu verlieren. Aber nein, der werte Herr Jan meint hier wieder nicht rollen zu müssen. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt bleibt der Pfeil da wieder hängen. Aber noch alles safe. Nur schlimm genug, dass ich schon wieder so weit hinterher hänge. Oh. Eins, zwei, drei. Rippkiste. So, dann geht es wieder zu dem Kayin-Trippel. Molgol und Roll-Kayin. Und diese Namensgebung auch sehr schön. Mol-Kayin macht sogar noch ein bisschen Sinn. Mol für Molten, weil es ist ja ein großer Lavaball mit einem Kristall oder so drin. Rol-Kayin wegen... Weil es ein großer Ball ist, der rollt. Und Gohl habe ich keine Ahnung. Ja, ich weiß, Marcel. Aber wir wissen das ja auch. Ich schieße ja mit Absicht an. Na? Hüpf. Hüpf. Spuck. Noch mehr Hüpf. So. Pass auf, und es bleibt jetzt wieder der einzige Fehler bei El-Hanon. Gerade der einzige größere Fehler. Ist ja wieder so mies. Eben der Yeti, jetzt wäre dann El-Hanon schuld. Außer wir sterben jetzt an Gohl-Kayin. Dann ist sowieso... ...wieder Ende. Weil Checkpoint nicht mitnehmen und so. Gold-Split. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Gold-Split! Yay! Doppelgold! Yay! Und dann geht's jetzt auch wieder ins Schneegebiet. Wenn's einmal läuft, ja, es ist nur zu spät. Wenn Elhanan uns nicht umgebracht hätte und ich den direkt getötet hätte, dann wär das auch noch gut. Jetzt ist es halt so... Klar, ist immer noch gut, dass ich da die beste Zeit in dem Segment habe. Keine Frage, aber in MPB wär's noch besser. Na? Na bitte. Ich hab doch den Pfeil in das Feuer reingehalten. Na, das wird knapp. Okay, hat noch gereicht für den Deathwarp. Sehr schön. Hat noch gereicht. Der Schweif hat noch weit genug aus dem Wasser gestanden. Quickill. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt hab ich das Setup auch endlich raus, wie das funktioniert. Ich seh grad, die schwarze Box um den Timer rum ist noch zu groß. Die hab ich nicht kleiner gemacht. Seit dem letzten Mal. Gut, dass mir das jetzt erst auffällt. Oh mein Gott. Oh, der ist schlecht. Da hat mich das Mistvieh mit dem Schneeball erwischt. Und ich hab zu früh geschossen. Ah, jetzt kommt der Yeti wieder. Ich hasse es. Ich hab doch sonst keine Probleme. Nicht so große Probleme mit dem. Was ist denn das jetzt hier? Ach, ich hasse dich. Was mach ich denn gerade falsch? Ich hab keine Ahnung. Der will gerade echt einfach nicht. Das blöde alte Schneemonster. Na bitte. Wieder über ne Minute. Ach, Mann. Dem Yeti hab ich's heut so gar nicht. Ha? Ah gut, die Treppe ganz runtergerollt. Sehr schön. Okay, dann ist es, glaube ich. Ich glaube, ich hab ne gute Stelle gefunden. Um von der Treppe vernünftig runter zu rollen. Sesam, öffne dich. Ich weiß eh nicht, warum da acht Zeichen auf dieser Tür drauf sind. Das hab ich auch noch nicht verstanden. Weil, wenn ich die Any-Person-Route halt richtig gesehen hab, tötet man sieben Bosse. Die beiden im Wald, dann die beiden bei El Hanan, also El Hanan und die Truhe. Und die drei in dem Lava-Gebiet. Wenn ich die Route gerade richtig so im Kopf hab. Das sind sieben. Oder ich hab mich da halt echt verguckt, als ich kurz drüber gegangen bin über das Video. Als ich irgendwas übersehen hab. Wär möglich. So, es geht. Wow. Durchgeglitscht wie Butter. Durchgeflutscht. Durchgeglitscht wie Butter? Passt irgendwie auch. Durchgeglitscht wie Butter. Richtig. Goldsplit sogar, sehe ich gerade. Wow. Wow. Natürlich dann in einem Run, wenn er wieder Käse ist. First Try die Seele sogar. Wow. Natürlich, jetzt wo es, ist es halt immer in den Runs, wo es mir nichts mehr bringt, mach ich diese ganzen guten Sachen am Ende, ne? Es ist so furchtbar. Und wenn's dann hier gut läuft, wie eben, dann versaue ich das Ende. Das ist so furchtbar. Wobei, eben hab ich's ja auch schon bei dem Yeti versaut und hab das Ende wieder gut hinbekommen. Furchtbar ist das gerade. Ab Yeti geht's bei mir im Moment leider echt bergab und halt immer so richtig. Klatsch. Hier ist immer so schön hell. Da sieht man immer den Dreck auf dem Monitor. Und Goldsplitter am Ende nochmal. Sehr gut. Man. This game. I hate it. I hate the end. Ja, das hab ich mit Absicht so gesagt. Es hat sich noch bewegt. Nee, das war ich mit der Kamera. Kommen wir mal mit meinem Sum of Best dem Weltrekord langsam näher, aber... Ist ja auch was. Mein Positive, denke ich. Ja. Tue ich ja. Ich muss das Spiel trotzdem aus Mechannismus wissen, dass ich es dafür hasse, dass es mich an den Stellen so ärgert. Das gehört dazu. Dann versuchen wir das doch gleich nochmal. Dann fangen wir jetzt auch wieder mit einem besseren Schleim an. Ah ne, warte, jetzt ist ja hier Ritual. Ich sterbe jetzt erst wieder drei mir verhalten. Drei, viermal an dem Schleim. Weil wir müssen die hundert ja noch voll bekommen, die hundert angefangenen Runs. Ach, der Anfang ist wieder nicht so schön. Fängt wieder so nah an der Wand an. Das ist immer mit den Doppeltreffern so schwierig. Weil ich dann halt in der Regel auch an die Wand muss. Oh mein Gott. Hilfe. Mist. Ich bin halt auch sehr schlau, ne? Ich hab den Timer überhaupt nicht resettet. Ja, dann ist ja jetzt auch egal, dass ich gestorben bin. Oh mein Gott. Ich bin so ein Vollpfosten, ne? Ach ja. Na, immerhin bin ich an dem Schleim gerade gestorben, wa? Okay. Wo will ich denn hin? Roll doch nicht nach vorne, einfach so. Na, daneben doch noch getroffen. Mit dem Rückzieher. Mit dem Rückzieher noch gerade so getötet. Der wäre sonst, glaube ich, auch wieder zermatscht gewesen. Aber hey, wir fangen mit einem Minus an. Das Beste hier in dem ganzen System im Moment war halt auch echt... Ist ja auch gerade kein anderer... Das war jetzt gerade wieder schlecht. Ich habe mich wieder bewegt. Und ja. Deswegen hat das... Ich habe mich wieder auf die ganz genau richtige Stelle gestellt. Und dann war halt wieder RIP. War halt wieder RIP. Ja. Sehr gut. Machen wir den Schleim jetzt einfach noch mal besser, wa? Okay, die Anfangsposition ist wieder nicht ganz so hübsch. Ach, jetzt ist er nach links weggesprungen. So ein elendiger Cheater. Hey, 19 von 91. Sehr schön. Ein Palindrom. Ein Palindrom. Warum das hier am Anfang in OBS immer noch einmal so schwarz flackert, weiß ich übrigens immer noch nicht. Aber ich habe auch in anderen Aufzeichnungen gesehen, das ist nicht nur bei mir so. Also von daher ist das halt so. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Es geht alle weg. Ich muss das Herz töten. Jetzt hätte mich das Herz fast noch getötet. Noch fast in das Herz reingerollt. Ich habe eben mich noch darüber selber beschwert, dass diese Box um den Timer, die schwarze, noch zu groß ist. Und ich habe es wieder nicht gefixt. Ich höre mir auch, glaube ich, manchmal echt selber nicht zu. Oder mir fällt es halt erst wieder zu spät ein. Es ist so furchtbar. Bei Gott, die Kamera bewegt sich so viel. Das macht sie doch sonst nicht. Oh, das war knapp. Da bin ich aber gerade knapp um das Tieren rumgelaufen. Da bin ich aber knapp drum rumgelaufen. Zu knapp für meinen Geschmack schon. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen weit. Kann das? Oh, das war sogar noch gut. Ich habe eigentlich schon zu früh angefangen, zurückzuziehen. Das hätte dadurch noch schief gehen können. Da war es jetzt gut, dass der zu weit weg lag. In dem Moment. Aber ich habe ja auch noch zu früh zurückgezogen an sich eigentlich, weil er... Weil ich dachte, er würde noch länger brauchen. Aber hey, es hat alles funktioniert. Sogar besser als im PB, also... Alles easy. Alles easy. Mein Pfeil, oh nein. Oh, da habe ich ihn noch eingesammelt, obwohl er gar nicht mehr in meiner Reichweite war. Magie. Ich bin ein Hexer. Verbrennt mich. Was? Nein, verbrennt mich nicht. Ich möchte noch ein bisschen hier sein. Okay. Gold-Split mal wieder bei dem Pilz. Wie oft ich an diesem Pilz jetzt schon einen Gold-Split heute geholt habe, ne? Ist so doof. Langsam müsste ich das doch ausgereizt haben, wie ich den Weg gelaufen bin. Müsste man denken. Aber nein, ich laufe den Weg immer noch mit einer Nummer besser. Wow, 0,01 Sekunden gespart an der blöden Pflanze. Das ist ja wohl ja sowas, das würde gar nicht auffallen, wenn man da weniger Nachkommastellen anzeigen würde. Das ist schon schön. Dong. Und Wald fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Ah, das passt nicht Zu früh und zu schräg gerollt, um die Treppe ganz zu nehmen Das war auch schlecht Oh, ich hab's gesehen, das war ganz knapp an dem Goldsmith vorbei Der Counter da, der die Minuszeit zeigt, der ist gerade erst aufgetaucht Ah Ich hab's im Augenwinkel noch gesehen Pfui Na Blöden Wände Noch so'n blöder Wandbusch Was steht der da auf? Obwohl er halt nicht mehr in meiner Laufbahn eigentlich steht, wenn ich korrekt laufen würde Aber pst Das weiß niemand Wenn er sich rasiert hätte, würde ihm sein Tod erspart bleiben Dann könnte ich gar nicht hier hochklettern Ja, solche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf Hätte er sich seinen Pflanzenbad da abrasiert, käme ich gar nicht hier hoch Könnte ich ihm nicht ins Auge schießen Dann schönen Abend noch Marcel und gute Nacht So, El Hanan Habe ich mir vorgenommen, jetzt hier nicht zu sterben Sehr schön Ja, ich geh schon irgendwann pennen Oh, Goldsplit Yay Nice Nur weil ich morgen nicht raus muss, heißt das ja nicht, dass ich jetzt wieder die ganze Nacht durchmache Sehr gut direkt getroffen Ohne Umweg an die Wand War das knapp Oh mein Gott, ich bin viel zu nah da lang gelaufen Noch ein Goldsplit So musste das die ganze Zeit aussehen Nur noch Gold Das wär man Der Run, wo du nur Goldsplit hättest Das wär halt mal so richtig gut Aber nicht jetzt hier als zweiten Run, wo der erste Durchlauf noch mit Leeren verbunden war Sondern halt so In dem richtigen Durchlauf einfach mal alles Gold Das wär halt mal so gut Weil sowas natürlich bei einem Spiel passieren könnte, was noch unoptimiert ist Könnte sowas schon passieren, wenn man einen neuen Glitch findet, den man fast überall benutzen kann und der halt wirklich überall auch was bringt Könnte sowas passieren, wenn man ihn halt vorher lernt Und dann mit mal einfach benutzt So in der Theorie Der fast wieder in das reingerollt Das ist ein Verzgrüßt Ich sehe Das ist eine Verzgrüßt Ich nehme Sehr gut. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, weil ich dachte, ich bin zu früh gerollt. Aber hey, noch ein Goldspload. Wow. Wow. Oh, ich dachte gerade schon, ich hätte... Ich habe mich nicht so früh losgelassen. Das fühlte sich so an. Oh, ich bin auf dem Weg hier, entweder nur einmal irgendwo gegengerollt und direkt Zeit verloren. Das ist halt... Da sieht man mal, wie optimiert dieses Spiel sein... ...kann. Und auch für den Weltrekord gesehen ist... Du darfst halt eigentlich wirklich nirgendwo gegenrollen. Wie ich das jetzt gegen die... Das funktioniert doch sonst. Also, jetzt mal ehrlich. Ärger mich nicht. Da sieht man halt, wie optimiert man dieses Spiel spielen kann. Weil es halt am besten funktioniert, wenn du nirgendwo gegenrollst. Ach, jetzt ist das wieder passiert. Das ist auch so doof, dieser Glitch. Ich habe aus Versehen kurz die B-Taste losgelassen. Und vor dem Gebietswechsel... ...schafft man es noch da... ...in dieser Ladezeit irgendwie zu rollen. Und dann rollt er halt noch, weil er noch in dem alten Gebiet steht. ...dagegen die Innenseite der Tür. Und dann rollt man außerhalb, weil man dagegen gebongt ist, wieder nach oben rein. Und dann... Ja. Ist das halt auch so ein Unsinn. Aber nur, weil ich kurz die B-Taste losgelassen habe und der halt eine neue Rolle machen würde. So fies. Ah, ich glaube, das war nicht gut. Okay, das war gerade so noch in Ordnung. Für den Quick Kill natürlich super, weil der Schweif, glaube ich... ...gerade echt an dem Maximum rausstand, wo ich ihn treffen konnte. War auf jeden Fall knapp. Ah, das... Wie hast du es geschafft, in die... Ich frage einfach nicht. Wie habe ich das geschafft, in die Richtung zu rollen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal ansatzweise nach links geguckt. So, Yeti. Ich habe gehört, du kooperierst jetzt mit mir. Sehr gut. Ja, die Doppelrolle nicht hinbekommen. Jetzt sind wir noch ein kleines Stück mehr hin. Immerhin bin ich bis zum Eingang gekommen, dass ich einfach nur noch mal unten rollen brauche, ohne irgendwo gegen zu rollen. Dann bin ich bis zum Eingang. Und das war. Also, ich habe mich ein kleines Stück noch dran. Ich bin ein kleines Stück mehr hinter mir. Dann bin ich bis zum Eingang. Du bist zum Eingang. Ich bin ein kleines Stück. Ich bin ein kleines Stück. Ich bin ein kleines Stück. So. Dann mal auf zu Goalzett. Gucken wir mal, wie gut wir uns da gleich jetzt wieder durchglitschen. Hoffentlich fix. Gucken wir mal. Ja, komm schon. Komm schon. Nein, ich war doch wieder. Nur wieder zu langsam und dann dachte ich mir, das wäre nicht. Och, komm schon. Komm schon, lass mich durch. Oh mein Gott. Oh, Goalzett, ey. Ganz ehrlich. Ich hasse dich. Dieser blöde Glitch. Mann. Nein, ich habe daneben geschossen. Rippy Bee. Oh nein. Nein. So ein Mist. Mist. Ja. Oh nein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war, glaube ich, einen kleinen Moment zu früh gesplittet, aber egal. Aber Mist. Ach, Mann. Diese blöde Seele, ne? So ein verdammter Mist. Hab ja gesagt, wenn der Run die ganze Zeit ganz gut ist, versau ich es am Ende noch. Diesmal nicht erst schon beim Yeti, sondern erst bei der Seele. Und Goldset hat ja auch ein bisschen rumgemuckt. Ach, Mann. Gute Nacht, Desi, Arthur. Schlaf schön. Ach, ich krieg grad die Krise, wenn ich das sehe. Es ist so doof. Ach, ich krieg. Lass schon. Das ärgert mich jetzt gerade schon etwas. Ach, ja, was will man machen, ne? Manchmal ist die Seele halt einfach fies. Weil das Ziel ist halt so klein, wenn es sich rumpottet. Ich weiß ungefähr, wo er denn hingeht, je nachdem, wo ich stehe. Aber das ganz genau ist halt echt schwierig. Ach komm, einer geht noch. Einer geht noch. So. Einer geht noch. Einer geht noch. Oh, meinst. Oh, Hilfe. Was mache ich hier? Weißt du was? Lass uns gerade direkt. Das Kampf war schon wieder totaler Mist. Ich weiß schon wieder totaler Mist. So, dann geht's noch mal in gut. Der Stein hätte ruhig früher springen können, dann wäre er nicht zu mir gesprungen. Ich muss schon das Spiel... Ich muss schon das Spiel... Ach, ich hab nicht den Speicherstand gelöscht. Sehr gut, Jan. Sehr gut. So kann man die Anzahl der Anzahl der Angefangenen natürlich auch in die Höhe treiben. Das geht natürlich auch. Oh mein Gott, das war knapp. Ach, komm schon, raus damit. Der hat so früh nach unten weggerollt. Obwohl, der Pfeil noch gar nicht draußen war. Zum Glück immer noch im Grünen. Ja. Schließen wir den Pfeil halt nochmal weg. Goldsplit. 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 Goldplit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das war knapp Von wegen anschlagen Okay, der liegt mir zu weit rechts Jetzt liegt er mir eigentlich zu weit links Okay, passt Das ist sogar noch Gold gewesen Ich hab doch nachjustiert Okay Okay, nehm ich Find ich gut Hab ich kein Problem mit Absolut nicht Okay Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ist... Das war's dann wieder. Habe ich bei dem Schleim nicht aufgepasst. Ist... Ja. Habe ich gerade den Timer kleiner gemacht? Nee, die Maus ist da nur. Habe ich bei dem Schleim nicht aufgepasst. Und... Also das Herz dann wirklich in einem... ...gleichmäßigen Rhythmus in einem schnellen springen muss. Wenn es so weiterspringen würde wie die Schleime in einer etwas größeren Pause... ...hätte das noch funktioniert. ...hier ist... ...hier ist... ...hier ist... Was war das denn jetzt da im Weg? So, Anfang Nummer 99. Wenn das jetzt nichts wird, dann weiß ich auch nicht. 99 ist doch so eine schöne Zahl. Die blöde Tür nicht getroffen. Was war das denn jetzt hier? Mein Hallo-Knopf. Warum geht mein Tastenkürzel fürs Mikrofon jetzt nicht mehr? Hallo? Halt mal. Mein Tastenkürzel ist gestorben. Warum? Warte mal. Funktioniert doch noch? Hm. Interessant. Ach, jetzt geht's wieder. Hm. Hm. Interessant. Hab die Nieser auch noch so zurückgehalten bekommen. Ach. Hat sich doch noch benommen. Meh. Meh. Oh mein Gott, ich war doch schon in dem Schleim drin. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Es ist so schlecht, dass ich sogar noch gestorben bin. Sehr gut. Okay, 101. Das ist eine gute Zahl, weil der 101 da Martina und so. Ganz eindeutig. Ist jetzt so. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wow. Das war auch wieder sehr knapp. Mann, Mann, Mann. Wie heißt das so schön? No risk or risk oder so ähnlich? Dafür die Tür erstmals betroffen. Ach, Mist. Die Tür erstmals gibt es noch doch ein bisschen Zeit verloren. Ich wollte gerade sagen, das kann doch jetzt nicht besser sein. OBS stottert schon wieder so, habe ich das Gefühl. Okay. Ach, warte. Das war... Da war ich zu... Da war ich zu voreilig. Sehr gut. Das ist auch neu. So voreilig mit dem Resetten. Hm. Oh Mann, Jan. Lass mich mal kurz neu starten. Das denn OBS nervt mich gerade schon wieder. Wo ist mein Steam? Da ist es. Bibliothek. Da ist es. Hm, was war das denn? Blinkt nochmal so komisch auf. Ich finde das nicht cool. So. Nein, das war schon mal falsch. Pff. Erst das Savegame löschen. Und dann ein neues machen. Pff. 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 Das war's für heute. Ach, du hast mich doch nicht noch erwischt. Lüg doch nicht. Lüg doch nicht. Lüg doch nicht. Oh, das war gut. Oh, das war schön. Goldsplit. Der Kampf war schön. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war auch in Ordnung. Oh, das war's für heute. Ja. Das war... unschön. Aber so richtig. Wird so voreilig und dann wird da Mist gebaut. Ach, Mann. Mann, Mann, Mann. Oh, das war's für heute. Oh, ist mir schon ein Goliath. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Das fällt mir jetzt auch gerade erst wieder auf. Noch vorhin gesagt, ach, guck mal, ich hab mit dem Titel ja ein bisschen mit 3S geschrieben und ich hab's die ganze Zeit nicht gefixt. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt ist auch zu spät. Plus 0,00 Sekunden. Sehr schön. Im Millisekundenbereich schlechter. Kann man ja mal machen. Ich weiß gar nicht. Okay, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in sichere Taschen. Nee, das heißt anders. Das heißt anders. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Ich lasse mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war unser Drogenpilz So einfach wie immer Schießen, warten, zurück, ziehen, tot Ohne bewegen Einfach so Ohne bewegen Ohne bewegen Is that it? Ohne bewegen Ohne bewegen Ohne bewegen Ohne bewegen Goldsblitz, yay Ohne bewegen Ohne bewegen Ohne bewegen Ohne bewegen Und noch mal Und noch mal Yay Okay 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 Ohne bewegen Ohne bewegen Ich war nie hier. Ich habe niemals LHM getötet. Das würde ich nie tun. Er ist immerhin auch ein Titanentöter. Warum solltet ihr einen Titanentöter töten, obwohl ich selber Titanen töte? Wow, war das ein Satz. Das würde mich ja nur zu einem Titanentöter und Titanentöter-Töter machen. Ach, mal ist es gekommen. Töten, Töteretüt. Und so. Töter, Töter, Töterotros. Töter, 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 Töter. Dann wieder jetzt zu den Kai-Yins. Kai-Yins. Wie auch immer. Ups. Untertitelung des ZDF. Du bist wieder in die Wand gesprungen, du blödes Mistvieh. Mach sowas doch nicht. Oh. Mach doch sowas nicht. Na, immerhin habe ich es überlebt und es hat sich nochmal selber angespuckt. Immerhin etwas. Wer ist fast wieder durch die Wand abgehauen. Ich bin aufgehauen. Ich bin aufgehauen. Da wäre es aber eben nochmal fast irgendwie durch die Wand abgehauen. Böse Mulk-Kai-Yin. Man, man, man. Ich bin aufgehauen. Ach. Auch den Pfeil anzünden, danke. Oh, ich bin nicht sicher. Komm schon? Okay. Easy. Ich bin nicht gerollt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, Mann. War wohl zu viel verlangt nochmal, ein Pibi am Ende zu machen, wa? Jetzt wehrt sich Stratus schon. Ah. Da muss mir Einbuss das Leben immer zur Hölle machen. Kannst du rollen, wenn ich den Knopf drücke? Ja? Nein? Okay. Nee, dann halt nicht. Na bitte, den Quickkill nachher zu vielen Versuchen. Ach. Ach, so ein Mist. Was mach ich hier? Erst hinrollen. Nöp. Yeti macht auch noch Probleme. Böser Yeti. Dabei existierst du noch nicht mal, ja? Ja. 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 Kicksal. Ach, y'all. Y'all, y'all. 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 Pass auf, und jetzt flutsche ich gleich an Gold State wieder vorbei wie... Butter. Ich hätte den Checkpoint doch sehr gerne. Ich will den Weg nicht nochmal laufen. Ach, komm schon. Okay, doch nicht. Ach, komm schon. Na bitte. 20 Sekunden an diesem doofen Glitch gebraucht. In der Zeit hätte ich halt auch einmal die Seele aufsammeln können. Hätte ich halt nur den schnellen Weg hier nicht. Hättest du dich nicht ein kleines Stück weit´s... weiter porten können, dann wärst du doch tot gewesen. Na gut, dass das gerade keine Rolle mehr spielt. Nicht so wie in dem Run davor, der durchgegangen ist. Na bitte. Warum denn nicht gleich so? Warum denn nicht gleich so? Ich will das gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Schon wieder zwei Minuten. Fast. Ach ja, was soll's. Wenn der vorletzte Run halt am Ende nicht noch gestorben wär, das wär so schön gewesen. Ach. Nervt mich immer noch ein bisschen. Da hat man ja gesehen, ich kann es ja eigentlich noch besser. Nun haben wir da der Glitch, der Skip für Goal Set halt und das RNG-Geporte bei der Seele. Die haben das Spiel wieder kaputt gemacht. Hätte das theoretisch sogar noch Sub-20 werden können, aber nein. Das Spiel ist halt böse. Dann machen wir das halt das nächste Mal. Weg damit. Dann noch das. Damit denke ich dann einfach mal, lassen wir es gut sein für heute. Klappern noch mit anderem Kram rum. Indem ich, während ich das Gamepad weglege. Weil, warum nicht, ne? Klappern ist immer voll toll. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann bei euch allen wieder fürs Zuschauen. War wieder sehr schön. Hätte ich eigentlich direkt aber mit Speedruns anfangen sollen, wo ich gemerkt hab, mit Enter the Gungeon ist ja doch irgendwie nicht mehr so ganz meins. Naja. Da hab ich ja noch gewechselt. Ich wünsche euch allen dann auf jeden Fall noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann Sonntagabend mit Spyro the Dragon. Oh, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf. Oh mein Gott. Das glaubt ihr gar nicht. Bis dann also und tschüss.